Soll ich den Chat aufmachen? Kannst du machen. Kannst du anschließen. Wunderbar, wunderbar. Yes Sir! Yes Sir! Live am Start. Horror Stream. Wir haben uns zwar spät, aber wir sind am Start. Wir sind am Start. Wir brauchen Content. Wir brauchen Content, Bro. Was geht ab? Guten Abend. Guten Abend, die Herrschaften. Wunderschönen. Guten Abend, Leute. Yes Sir, yes Sir. Leute, wir haben Wilde Games. Vier Games am Start. Oh, yes. Vier Games, Bro. Streamliken sofort, Leute. Direkt streamliken. Auf trocken. Hast du mir dann schon bekommen? Ja, Mann. Story ist jetzt ein bisschen... Pass, pass, pass. Alleine Runde ist auch entspannt. Okay, wir fangen an mit dem ersten Game. Ja, Mann. Das heißt sogar Dead at XZ8. Alter. Als nur jeweils mehr ausgebaut werden. Ja, Mann. Ich glaube, die kamen frisch raus vor ein paar Tagen. Richtig spannend, Digga. Okay, wir machen... Oh, 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 oh. Dreck geht's los hier. PC-Modus, hä? Wir sind direkt im Game hier, oder was? Leute, wir sind gehypt. Damit ging alles los, Alter. PC-Modus. Wo steht der PC-Modus? Oh, shit. Oh, shit. Es geht direkt so los. Okay, Moment, Moment, Moment. Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ist ready. 3, 2, 1. Und heute Exit 8. Wie heißt das genau? Dead and Exit 8. Bam, Leute. Neue Version, Leute. Komplett neue Version von Exit 8. Exit 8 ausgebaut. Ja, Mann. Ich bin gespannt, ob mehr Jumpscares jetzt am Start sind oder nicht. Ist wieder ein Anomalie-Game. Man muss alle Anomalien finden. Anomalien sind so wie Fehler. Genau. Und der muss genau so sein, sonst darf man nicht weitergehen oder sonst. Mal gucken, was hier abgeht. Yes. Leute, Daumen hoch für mehr Horror-Games dieser Art auf jeden Fall. Ja, mal einen fetten Baum hoch dafür. Yes, Sir. Und wer fängt an zu zocken, Bro? Ich würde sagen. Stink, stuck, stuck. Stuck, stuck. Stuck, stuck. Stuck. Okay, ich fang an. Ja. Wenn er stirbt, dann machen wir abwechselnd. Genau, genau. Chili, herzlich willkommen. In der Brody Gang, Bruder. Willkommen, Bro. Okay, wir starten rein. Let's go. Rein da. 1, 11. Ja, Leute. Damit ging das Ganze los mit Extran 8 und jetzt einfach das Ausgebaute. Okay. You are trapped in endless... Okay, du bist gefangen in einem endlosen Korridor. Okay. Die gleiche Story passiert immer wieder. Okay, das kennen wir. Nach vielen Versuchen findest du es schon, was die Regeln sind. Okay. Versuch dein Bestes bis zum achten Korridor zu kommen. Krass, also. Oh, shit. Riecht rein ins Ungewisse, ne? Oh, shit. Okay, auf alles achten, ne? Komm. Achso, das. Erstmal schrocken. Okay, okay, okay. Also, das ist der Typ, der immer wieder rum geht. Consulting Room 1, Consulting Room 2, Extreme Room. Rest Room. Rest Room. Hier stehen auch die Räume. Consulting Room 1. Krankentyp oder Frau? Diesmal eine Frau. Krankenschwestermäßig. Kann die auch wieder anhalten. Aha. Kleenes Outfit. Maske, Corona-Maske am Start. Sehr, sehr, sehr steril. Da steht irgendwas auf dem Shirt. Kann ich nicht lesen. Okay. Die macht einen Abgang. War da ein Namensschild? Aha. Hä? Hä? Toll. Was macht die da? Die macht so? Die winkt. Oh, schon queepy bisschen, ne? Oder wen winkt die? Was hatten die davor, ey? Okay, da bleibt die stehen. Irgendjemanden beschwören oder was, ey? Consulting Room 1, X-Ray Room. Das müssen wir in Safe merken. Okay, X-Ray Room. Das steht da schon so auffällig. Wir können auch nirgendwo rein, ne? Keine nichts machen. Okay, der Bruder hier, der klärt. 24-7, okay. Fette Werbung. Consulting 2. Also, Consulting sind beide auf einer Seite. Ja. Eins, zwei. X-Ray und Rest Room. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stühle. Mülleimer. Mülleimer. Eigentlich easy. Wenn das jetzt nur der Korridor ist. Okay, Emergency Room links. Fire Exit rechts. Ja. Emergency Room hier. Oh, Durchsage kam. Was hat er gesagt? Das ist nicht ganz verstanden. Was war das denn? Man kann sich das merken halt. Der hat irgendwas gelabert. Okay, es kommt auch ne Durchsage. Ist das ein bisschen leise? Ist das lauter? Ist das leise oder geht's? Ich finde das jetzt persönlich grad ein bisschen... Kann doch mal lauter. Oh. Ach, kann man gar nichts einstellen, ne? Was ist das denn? Aufstellen? Ich will jetzt nichts falsch machen. Ich geh mal durch. Eigentlich müsste jetzt hier 1 irgendwo stehen. 1F. Hä, das war falsch? Ah. Wir kriegen nicht mal ne... Ach, krass. Wir wissen nicht mal, was der Richtige ist. Ja, stimmt. Das war schon falsch, ne? Okay, Consulting 1. Guck mal... Ah ne, Consulting 2. Weißt du, ob die Frau hat die Namen steht oder so? Nix, ne? Geht da irgendwas. Aber das kann man ja nicht... Okay, einfach so schwarz ein bisschen. Ja. Sieht aus wie von... Keine Ahnung. Maske, Mütze. Wie von Fortnite, Alter. Glatt geleckt. Schlappen. Schlappen. Rocks. Consulting 1. Ich glaube, weil der was gesagt hat, das war falsch. Ach, krass. Okay, jetzt achten wir darauf, dass nichts gesagt wird. War richtig? Fünf Sitze? Ja, fünf Stück und Mülleimer. Bei Mülleimer war noch so ein blaues Zeichen zum Wegwerfen. Warte, guck mal auf den Aufzug. Guck, jetzt sagt er nichts. Oh, das kommt noch. Hier schickt er dieses Punkt. Ich glaube, das ist der richtige Raum. Vielleicht ist das auch zeitabhängig, wenn der was sagt. Keep quiet, sei leise. Okay, das müsste easy game sein sogar. Das müsste easy gehen. Hier gibt es gar nicht viel. Komm, komm. Hä? Wir müssen bis zum Richtigen. Okay, krass. Wir können aber nicht hier reporten. Da muss ich auf alles achten. Da oben, hä? Oh! Das könnte auch der Richtige sein. Oh mein Gott, das ist creepy. Ist das eine Spinne? Das ist eine Spinne, Alter. Joooooo, Chili bett 20 Euro, Bruder. Vielen Dank. Vielen Dank, Chili WTTZ. Ihr seid die besten mal weiter. Vielen Dank, Bruder. Vielen Dank, Bruder. Danke für das Wort. Beste Grüße. Ja, Mann. Die noch mal kurz kontrollieren. Ah, die nimmt so Luft. Die macht Pausen. Ja, ja. Okay. Nimm den Päuschen. Na, rauch dich rein. Gleich geht es weiter, ne? Okay, also jetzt. Auf einmal. Man kann aber nicht reporten oder so, ne? Ah, das Sprenkler, Sprenkler. Sprenkler. Und das Leuchten. Ich finde, das ist neu. Hast du gerade was gehört? Ich habe gerade was gehört. Ich nicht. So ein Knistern. Okay, hier ist auch ein Sprenkler. G2. Das kann doch der Richtige diesmal sein. Mhm. Guck. Ja, jetzt hör das auch. Wir gehen so lange durch, bis wir den ersten finden. Drei. Sprenkler schon mal. Da auch so ein Gong. Und dieses Knistern. Vielleicht muss das sein. Vielleicht berücksichtigen, Leute. Alter. Wrong way. Try again. Was war das? Was? Ey, Leute. Turn back. Ach so, wenn wir welche Fehler finden, müssen wir zurück. Ah, ich wollte gerade fragen, wie können wir das kennzeichnen? Keep going. If you don't. Und wenn wir keine finden, weiter. Ah, dann zurück. Okay. Okay, gut. Das wollte ich aber wissen. Wir wissen aber immer noch nicht, was der clean Raum jetzt ist. Aber ja, wir müssen jetzt natürlich... Oh, der leuchtet diesmal nicht rot. Oh, mein Gott. Oh, okay. Der ist... Boah. Der ist falsch. Der ist falsch, Alter. Ganz schnell zurück. Okay, krass. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, das ist wichtig zu wissen. Oh, mein Gott. Das ist wie Exit 8. Das ist eine neue Version. 2F. Okay, let's go. Bis zur 8. Bis zur 8. Ja. Wir haben immer noch keinen clean Raum gefunden. Das ist das Problem. Ja. Torben, herzlich willkommen. Willkommen in der Brawlingang, Bruder. Herzlich willkommen, Bruder. Grüne Faust, steht dir, Bruder. Ja, Mann. Der hat gerade gesagt, hier ist something wrong. Oh, das war in Deutschland, ne? Schnell weg, ne? Das war eine Ansage. Direkt zurück. Geht zurück, Leute. Easy. Boah, der App. Aber ich glaube, da kommt noch was auf uns zu, Bruder. So. Warte, wann knistern? Sind die Schritte lauter? Warte. Halt mal an. Hat die schon immer Schritte gemacht? Ja, doch. Oder? Ey. Doch, doch, doch. Das Knistern, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ja, das ist die Frage. Stefan, man muss das Knistern abziehen. Ja. Sieht sehr clean aus. Ich... Boah, das bin ich sicher. Warum welche Schritte auf einmal so auffällig? Man kann sich jetzt auch verrückt machen, ne? Aber... Ich habe nicht darauf geachtet. Okay, sie läuft. Boah, die muss man achten. Der irgendwann raucht. Der hat wieder irgendwas gelabert. Das ist aber ein Fall, ne? Ich glaube, der sagt nichts, ne? Komm. Oh mein Gott. Aber im ersten Raum hat er doch was gesagt. Shit. Bedeutet, er sagt glaube ich doch was. Shit. Okay. Also ich glaube, das Gelaber ist schon am Start, aber nur was der sagt. Ja. Was hat er nochmal im ersten Raum gesagt, weißt du es noch? Boah, weiß ich nicht. So ganz kurz nur ein Satz, ne? Weiß ich echt nicht. Okay, die sieht clean aus. Jetzt lese ich mit zwei. Ich weiß noch, Frank. Vielen Dank, Bro. Ja, super, Bruder. Wie geht's euch? Ich möchte wieder Rang zocken. Ja, man erstmal keinen Fortnite, aber... Boah! Boah! Eilige... Was? Boah! Boah! Alter, oh mein Gott! Boah! Einfach so aus nichts. Boah, Bruder, Bruder, Bruder. Was passiert hier, Junge? Boah! 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 500 Euro raus! Alter! In der Nacht, Bruder! In der Nacht! Zum Verspättenhaus! Bruder, was? Ich dachte, heute wieder kein Stream. Doch, doch, doch! Hat noch lange gedauert, alles? Alter, was? Ey, Tom, Bruder. Übertreib nicht. Brutaler Support. Übertreib nicht, Junge. Nicht vor dieser Welt der Support. Bruder, es ist brutal, ja? Alter. Junge, 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 Junge. W Tom, Bruder. Fetten Dank, Alter. Fetten Dank, Tom. Fetten Dank, Tom. Ja, Mann. Ich hoffe, alles fit bei dir. Wollte ich echt immer, dass wir warten bis... Uh, das ist ein dickes X? Ja, das war eben auch. Irgendeine Ansage vom Spiel. Crazy. Crazy, Jogi. Hier mitten in der Nacht, Alter. Was geht dir ab? Wenn man sich erwartet. Fetter Support hier, Alter. Fetten Dank, Bruder, ey. Fetten Dank. Where am I? Wo bin ich? Hat er gesagt. Where am I? Hat er gesagt. Ist das jetzt richtig oder nicht? Wir haben eh nichts zu verlieren. Ja, wir können gucken. Ich geh mal durch. Und dann wissen wir, das sagt er immer. Uh. Null! Und zurück. Oh mein Gott, nein. Uh. Ah. Man kann sogar rein. Oh, haben wir das verkackt? Oh, wir haben verkackt. Ja. Ich wollte gucken, was passiert. Ich wollte gucken, was passiert. Ich wollte die Neugier befriedigen. Okay. Okay, wir wissen dann zurück. Hier gibt es aber, glaube ich, bis jetzt noch keine Jumpscares. Ich weiß, ob es hier Jumpscares gibt oder nicht. Okay. Das einzige Experiment, was wir noch machen könnten, was der genau sagt. Genau. Eben. Where am I? Vielleicht ist es richtig. Die sieht immer gleich aus. Ja. Die ist clean. Bis jetzt. Ich habe nur nichts anderes gesehen irgendwie. Außer das eine Bild. Ich geh mal durch. Warte. Der sagt nichts. Wir warten, bis sie stehen bleibt. Was gehört wird. Oh, die Streamlight nicht vergessen. Mal like den Stream, Leute. Hey. Hatten wir Schritte eben? Ich höre gar keine Schritte von uns. Okay, ich geh einfach mal durch. Der hat gar nichts gesagt jetzt. Wenn der 2 steht, war das... Oh, das war der cleanere Raum. Dann gar nichts sagt er. Okay. Der darf gar nichts sagen. Gut zu wissen, bei jeder Durchsage direkt rückwärts. Ja. Aber eben sind wir rückwärts. Hab ich auch gewundert. Oder weil ich zu nah da dran war. An dem anderen Raum noch. Ja. Das kann auch sein. Okay, ich steppe ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Wie geht's, Herr Schwester? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Okay, geht's gut? Is something wrong? Is something wrong? Ich geh weg, ne? Der hat doch eben nicht geredet, als die da standen. Und der Raum war clean. Das heißt? Nice. Easy. Wir warten, bis sie da ist. Ja. Wir gucken auf ihren Rücken an. Genau. Wow. Wow. Chili. Chili, Alter. 50 Euro, Bruder. Vielen Dank, Bruder. Fetten Dank, Bruder. Alter. Es geht ja ab und jetzt, Junge. Ich hab nie gesehen. Ja, Mann. Vielen, vielen Dank, Bruder. Crazy Support, Bruder. Fetten Support. Beste Grüße zu dir, ja. Grazie. Crazy. Ausmüchter. Bam, Bruder. Okay, die Shit hier. Okay. Sieht clean aus. Jetzt kann ich durch. Das heißt zurück? Das geht zurück, Leute. Gnadenlos. Ja, das ist so easy. Sie machen es einfach hier. Man, das ist richtig easy, Leute. Ich glaube, wir sind abgeertet von Projekt 13 und Station 5. Exit 18? Ja, zurück? Ja, Bruder. Also wir gucken uns an, was das ist. Ey, Leute, als ob wir das jetzt so schnell durchzocken. Ich schwör. Wir sind wirklich abgeertet durch Projekt 13 oder... Die Tür ist voll gedrückt. Mit der GIST. Station 13 war das, glaube ich. Ja. Ey, jetzt eigentlich 5. Ja, ich sag ja. Bruder. Das ist... Ey. Warum schnaufst du so? Das geht mit uns ab. Wir schnaufen ja richtig. Hä, das ist GIST. Schon wieder ein Fehler. Und wir machen die Heuschen, Bruder. Was ist mit uns los? Bruder, wir haben irgendeine... So ein Krankenhaus. Haben wir eine Heuschen oder was? Ist so. Hä? Leute, bis jetzt das einfachste... Als ob wir das gleich durchgeschrieben haben. Das einfachste Exit 8-Spiel, das es gibt. Das ist ja krass. Ich glaube, wir sind echt abgehärtet. Es ist gar nichts mehr vor. Exit 8 war ja auch das erste davon. Ja, das ist das erste. Und so schwer war das trotzdem nicht. Ich glaube, wir haben echt so ungefähr viel bekommen. Ja, Mann. Oh, krass. Oh. Jetzt müssen wir darauf achten. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Boah, wir sind bei 6. Wir dürfen nicht vertreten. Guck mal den Müller mal an. Nur so random. Weil da war auch so ein blaues. Okay, alles gut. Ja. Oh. Nee, 5, 5, 5. Okay. Die hat auch kein Print auf die Rücken oder so. 1, 2, x-ray. Mal gucken, was die macht. Bis jetzt hat er nichts gesagt. So war richtig. Wenn er nichts sagt und die macht den. Okay. Ist jetzt alles clean? Oh, shit. Und das x-ray in der Wand hat aber nichts zu bedeuten. Weil es war jetzt nicht da. Nee, 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 nee. Das war okay. Das, wenn man zu viel falsch hat irgendwie, dann kommt das. Okay, ich würde den nehmen, Alter. Der sieht wirklich krass. Where am I? Ich glaube, das war richtig. Hä? Aber wir haben doch gesagt, er hat gar keine Durchsager gemacht. Aber bis die da ist. Ach so. Aber irgendwann kam dann doch eine, ne? Boah. Boah. Ich glaube, der ist jetzt richtig. Weil irgendwann kam doch ein Durchsager, ne? Ja. Also wenn man da so ist, ne? Where am I? War die jetzt richtig? Where am I? Keine und da where am I? Das heißt? Oder gar keine lieber. Oh mein Gott. Shit. Shit. Boah. Sollen wir den nehmen? Ich würde jetzt ehrlich gesagt... Türke aus 2.5. Vielen Dank, Bruder. Wir haben ja reingeredet. Vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Könnt ihr mich bitte grüße, Charles, seit 2019? Schöne Grüße aus Türke aus 2.5. Grüße. Peace. Vielen Dank, Bro. Boah. Was sollen wir machen? Nehmen oder nicht? Der erste Raum kam durchsager. Deswegen müssen wir den eigentlich jetzt nehmen. Eigentlich nehmen, oder? Wir müssen den nehmen. Ich glaube, das war eine kleine Durchsage. Wir dürfen jetzt nicht dumm sein und alles ignorieren. Komm, bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm. Komm. Ja! Oh mein Gott! Ey, wir sind zu aufmerksam, ne? Der hat gerade irgendwas gelabert. Dann Kitzler mit 6 Euro. Vielen Dank, Bro. Yo, Pranko ist alles fit im Schritt. Mein Sohn Leon. Gessler hat Geburtstag. Könnt ihr ihn bitte gratulieren? Leon Gessler, alles gut zum Geburtstag, Bruder. Leon Gessler, alles gut zum Geburtstag. Bleib gesund und stabil, Bruder. Der hat gerade irgendwas gelabert, Bruder. Gehört das schon zur nächsten Runde? Ich bin gar nicht ganz sicher. Aber wir gucken, ob wir noch etwas Auffälliger sehen. Ja. Leute, wird es uns so einfach gemacht, wenn er geredet hat. Shit, Alter. Fakt ist, sonst sei der eigentlich mal nur da. Ja, ja. Bedeutet, boah, wenn er jetzt nicht ist. Eigentlich muss der Where Am I sagen jetzt gleich. Genau, das muss auch kommen. Okay, warten. Dann warten wir extra, ja. Hä, ist da jetzt auf einmal ein Schatten in der Wand? War der Schatten neben, oder? War der vorher da? War der vorher ein Schatten bei der Frau? War der denn ein Schatten? Eigentlich, das fällt gerade voll auf. Ich bin nicht sicher, Bruder. Ey, ich bin mir auch nicht sicher. Der sagt doch gerade nichts. Und er sagt nichts, ne? Sollen wir zurück? Es sind schon mehrere Zeichen. Am Anfang hat er auch irgendwas gelabert, Alter. Wir müssen dann zurück, Bruder. Shit. Das glaube ich schon. Aber trotzdem, er sagt ja nichts. Er sagt nichts. Er sagt nichts. Ich glaube, wir müssen zurück. Ich glaube auch, wir müssen zurück. Ey, warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, warte mal, war ich vorher da? Nein, niemals. Ey, ihr habt es durchgespielt. Easy. Easy. Als ob. Oh, dann müssen wir das auch nochmal durchlaufen. Normal. Oh, jetzt noch einer. Hey, wir schnaufen wieder. Ja. Oh, easy. Easy. Warte mal. Wie easy ist das? Da hinten ist auch Blut. Nee. Warum? Das ist das easyste. Oh mein Gott. Wir sind so abgeertet. Freunde, wir sind abgeertet. Acht? Warte. Moment. Hä? Hä? Schon wieder? Ist er jetzt ein Troll hier? Ja, wieder zurück. Äh. Oder? Ihr habt es doch durchgezeigt. Was wollen die? Oh, dann muss ich dann durch. Warte, ich muss die Regeln nochmal lesen. Oh, genau. Lest mal. Gaudrill. Oh, geh durch den normalen achten Flur. Ach, wir müssen doch durch den normalen achten Flur gehen. Ach so. Wir müssen den normalen finden. Ach krass. Oh shit. Okay. Bist du jetzt clean? Hm. Leute, bis jetzt. Wow. Oh, clean man. Motherf***er, Alter. Komplett clean? Sehr, sehr clean. Oh, Consulting Room 2, Bruder. Ja, Mann. Die stand immer eins oder nicht? Ich glaub da stand eins. Leute, so nicht mit uns hier. Jemand. So nicht mit uns. Leute, die kriegen uns nicht. Easy. Leute, wir sind zu gut. Hä? Hüh, da hinten ist rot. Ja. Gucken, was da steht. Emergency Room rot, Leute. Direkt raus, Leute. Das Game kann gar nichts. Leute, wir haben es alles im Griff hier. Das Game kann nichts, Leute. Ey, Mann. Zu krass. Zu krass. Nice. Okay, wir schnaufen wieder. Okay. Ob da aber noch was Aufwärteres kommt. Ah ja, jetzt würden wir mal abschicken, ne? Ja, Mann. Nicht, dass da irgendjemand steht wieder. Irgendwie der Back. Okay. Die ist am Start. Keine Kreatur. Oh, 666. Oh, mein Gott, zurück. Oh, mein Gott, zurück. Oh, mein Gott, zurück. Leute, lass uns nicht verarschen hier. Oh, shit. Oh, shit. Leute, die machen jetzt jeden Raum nochmal durch irgendwie. Ja, Mann. Voll hardcore jetzt. Boah, Steffa, jetzt eins. Komm, Alter, komm. Okay, hier ist es. Am Ende wird es schwer. Okay, Consulting eins. Consulting zwei. Oh, die Hände sind blutig. Oh. Jo. Frisch nach der OP. Frisch aus dem OP, Alter. Noch nicht clean gemacht. Easy, Leute, easy. Easy, easy, easy. Alles unter Kontrolle. Boah, die hauen jetzt richtig rein. Ja. Normales zeigen, was das hier zu bieten hat. Der Typ sagt gar nichts mehr irgendwie. Ja. Okay, sieht bis jetzt richtig clean aus. Clean. Restroom, war hier Badezimmer. Hey, Mann. How to out. How to out. Nee, der hat gesagt. Nee, auch nicht so früh. Nee, nee, war früh. Boah, zählt das, wenn er labert ja, ne? Safe. Warte, guck mal, ob Schatten... Ja, Schatten ist aber da. Okay, der war normal. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Nein! Oh, das Labern zählt nicht von dem. Das ist gar keine Relevanz. Nein. Denk er zählt nie? Das sind dann einfach nur willkürliche Durchsagen. Nein. Boah. Boah. Der hat mich verwirrt, der Typ. Wir haben uns einfach darauf festgelegt. Das ist das Problem. Oder Schmerz. Sollen wir gleich nochmal versuchen? Erstmal andere Game? Ich glaube, bei sowas brauchen wir nochmal so einen. Boah, wir machen gleich nochmal. Das ist immer gut, da nochmal auf Krieg ranzugehen. Weil sonst ringst du dich auf und du gehst wieder zu unnötigen Offensive. Boah, Leute. Schade, schade, schade. Aber das triggert uns nicht. Egal, wir machen gleich weiter. Es wird wieder was Versöhnliches. Das war eigentlich easy. Aber am Ende war es richtig schwer. Ich wusste nicht, dass der Typ, dass man dem zuhören muss, nicht beachten muss. Egal. Okay, wir haben jetzt ein neues Game, Leute. Der Part. Der Part, der Part, der Part. Yes sir, yes sir. Aber erster Versuch, Alter. War schon ein guter Lauf auf jeden Fall. Ja, Mann. Er ist random mit dem Reden. Ja, Mann. Haben wir jetzt auch gecheckt, Alter. Darauf wusste man gar nicht. Ja, was ist das denn? Krass. Oh, oh. Wie lange geht das Game? Weißt du das für dich ungefähr? Gerade? Nein, generell das Game. Wo soll ich nach dem? Nach dem? Dann können wir noch mal Dings versuchen. Genau, genau. Perfekt. Genau das war, glaube ich, nicht so lange. Ich bin gespannt. Jetzt glaube ich nicht so lange. Okay. Auf jeden Fall, Leute. Wie hast du geschrieben? Dicker Horror Game. Ah, ja. Mach mal Soundcast. Mal sehen, was abgeht, Dicker. Genau, okay. Du kannst nicht so zocken. Okay, bist du ready? Drei, zwei, eins. Peace, Leute. Was gab es Calvin? Nicht, was war es? Heute ein neues Horror Game. Und zwar... Depart, Leute. Bam. Depart. Ein wildes Horror Game. Soll wild sein, soll wild sein. Sieht schon wie ein Kerker-Vibes. Sehr creepy aus. Ja, Mann. Wir haben nicht viel gesehen davon, muss ich ehrlich sagen. Wir haben sogar gar nicht reingeguckt. Ja. Komplett ins Ungewisse wie immer. Sah aber gut aus. Deswegen zocken wir das. Leute, Daumen hoch für mehr Horror Games. Auf jeden Fall jetzt schon mal. Daumen hoch und kommen noch heftigere Horror Games. Und ich würde sagen, du fängst an zocken, oder? Dieser fang ich an. Ja, Mann. Viel Spaß, Bro. Ich weiß nicht, ob man da sterben kann, falls jemand stirbt. Dann wechseln wir ab natürlich. Mal schauen, Mann. Let's go. Play, Digga. Let's go. Oh. Ich feiere das, wenn der Ladescreen. Das Intro ist also. Wenn du direkt drin bist. Krass. Wir sind im Knast. Ja, Mann. Voller kleiner Raum hier. Dick im Knast. Boah, krass. Oh, Tür ist offen. Krass. Oh. Sehr enge Räume. Sieht aus wie von einem fetten Haus. So ein Bunker, weißt du? Einen Keller? So ein Überlebensbunker. Achso, ja. Oh, Atombunk. Oh. Shoot? Shoot? Hä? Shoot? Eine Waffe. Haben wir irgendein Inventar oder so? Achso. Vielleicht muss nur eine finden. Okay. Die kommen auf jeden Fall nicht rein. Wir müssen das aufschießen. Krass. Dann brauchen wir echt eine Waffe. Ja, Mann. Sie hier? Hä? Kamen wir nicht von ihr? Ja, wir kamen wir von da. Da ist eine Zelle. Bis zur Hölle. Das ist dunkel. Warte, das ist richtig. Ja. Drück mal F. Okay. Na, gehen wir weiter dann einfach. Ja, der Weg ist weg von wo wir kamen, ne? Und der Gang ist viel breiter geworden. Guck mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Krass. Oh. Hä? Wir gehen nochmal da in die Ecke. Okay. Ja. Was passiert hier, Bruder? Egal, was geht hier gerade ab. Wir müssen noch irgendwas machen. So, jetzt gehe ich links. Guck mal ins Lichter. Oh, da war irgendwas. Guck mal da. Ah. Okay, man geht irgendwie im Kreis, ne? Dann landen wir immer wieder hier. Okay, komisch. Okay. Geh mal rechts da. Ah, von da kamen wir. Ach so, von da kamen wir. Vielleicht lag da irgendwas drin. Ja, mal gucken wir mal auf dem Boden nochmal. Genau, irgendwo eine Waffe war wo. Okay. Okay, sehr klein alles. Ja. Hier ist echt nichts. Direkt immer um die Ecke gucken, wenn wir in einen neuen Raum betreten. Okay. Ah, rechts, links. Okay, aber wir haben keine Waffe oder so? Nee. Oh Mist. Handtuch. Schrank. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Ja. Ist nicht ein beschlosser Anwanderer. Ja. Kannst du aufmachen? Ja. Okay, komisch. Okay, je lang wo Licht ist. What the hell? Was zur Hölle passiert hier? Da, was ist dieses? Da kommt doch immer das. Ja. Was ist das? Hä? Halb mal gedrückt? Was ist das denn? Was jetzt? Jetzt habe ich einen Hund streichelt, Digga. Jetzt habe ich einen Hund streichelt, Digga. Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Oder muss man ein Spiel irgendwie heller machen oder so? Dass man etwas sieht? Warte. Muss man ganz kurz abschicken. Äh, geht gar nicht. Achso, geht gar nicht, ja. Was ist das, wenn man Spiele nicht heller stellen kann? Ja. Aber anscheinend soll das so sein, ne? Brauchen wir wahrscheinlich eine Lampe, ne? Ja. Okay, krass. Ja, wir können die ja auch nicht aufnehmen, hä? Ja. 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 Jetzt kurz nachgucken. Das ist echt gerade verrückt, Leute. Jetzt gucken wir mal kurz. Was? What the hell is going on? Jetzt ist einfach zu dunkel. Zoom mal die Lampe. Kannst du dich drucken? Äh, ne. Nur so. Kannst du mich zoomen? Ich will diese Lampe aufheben, ey. Würde ich mir gerne gönnen für ein bisschen Licht. Hä? Jetzt kriegt die Tür auf einmal auf. Hä? Oh, lol. Oh, shit. Oh, ey. Oh, oh, okay. Oh, ist das Licht? Ja, Mann. Geh raus. Ach, du schiebst sie so. Du musst sie noch schieben. Gegenlaufen. Achso. Oh, schon besser, Leute. Können wir mal gucken, ob wir eine Waffe legen. Ja, da ist so ein Käfig. Oh, da liegt was. Oh, Pistole. Oh, da ist noch eine Waffe. Let's go. Oh, nice. Oh, Goal of Duty. Ja, Mann. Oh, was geht das? Hä? Mann, ist da ein Kreuz? Okay. Okay, krass, Mann. Wir haben eine Knarre. Okay, schieß die Tür auf. Ach, die da, ne? Ja, Mann. Krass. Let's go. Okay, krass. Mal was anderes, ne? Ja, Mann. Shooter Horror Game ist eigentlich auch wild. Krass. Selten sowas gezockt. Ja. Kennst du noch Doom von damals? Ja, Mann, Doom. Da hatte ich richtig Angst vor, Alter. Das war ein echt heftiges Game. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hätte gern wieder Licht. Egal. Wir folgen dem Licht, Bruder. Naja. Muss nur jemand da schießen. Ja, Mann. Die Frage ist, Leute, für wen brauchst du die Waffe? Oh, shit. Oh, Folterkeller hier, oder was? Dieser Folterkeller. Alter, Soor-Wipes. Ja, Mann. Was ist das für eine Ecke? Gehen wir in die Ecke? Äh... Oh... Drück ein Kerker hier, oder was? Hey, da ist wieder ein Geheimdäger. Da ist noch ein geheimer Raum. Wie verwinkelt das hier ist. Alter, es geht einfach runter. Was ist das? Was ist das? Alter, so viele Gänge. Ich kann mich nicht entscheiden, Digga. Was hast du? Musst du da was drehen? Okay. Scheint nicht so. Mal kurz hier. Ich darf nicht den Ort vergessen, wo es runter ging. Ah, Taschenlampe. Oh, das kannst du nicht. Ja, Mann. Stark. Oh, auf der Waffe drauf. Nice. Sehr geil. Oh, shit. Oh mein Gott. Lad nach. Ja? Oh. Oh, war eine Attrappe. Und ich, Anfänger, muss erst mal nachladen. Gut zu wissen. Warum ist die Musik aber aus? Ja, das war wie ein Training, Leute. Ich musste mal nachladen. Oh, shit. Alter, so sieht das Monster aus, oder was? Warte, ich höre irgendwelche Schritte. Mann, die sind deine, glaub ich's. Klaus. Kann man die jetzt aufschießen? Ich glaube, wenn es nicht zu ist, ist sie zu. Okay, jetzt kannst du aber Türen öffnen. Okay, jetzt kannst du den Keller runter. Jetzt gehen wir runter im Bunker. Krass. Ja, das ist ein echtes Monster. Hätte ich aber keine Chance gehabt, weil ich danach am Nachladen war. Ja. Deswegen immer nachladen. Ähm, war das schon mal? Oh, Jesus. Oh, Alter. Oh, Junge. Der ist da runtergerannt. Ah, die Puentro ist safe, Bruder, du weißt. Ah, der ist hier runtergerannt. Ja, Mann, renn da hinterher, Bruder. Schankesau, Alter. Pack ihn dir, Bruder. Oh nein. Bitte nicht. Jumps hat geladen, weißt du. Schon mal reloaded, Alter. Alter, das ist intensiv, ey. Oh, ist gespeichert. Okay, nice. Gut zu wissen. Oh, wie der Labyrinth, Alter. Okay, Sackkasse. Okay, Sackkasse, ja. Gibt es viele Geheimgänge irgendwie, ne? Mhm. Boah, Geräusche. Laden nach, Bruder. Oh, erinnere mich immer dran, ja. Oh, da lang. Ah, Dreh, das Ding. Ah, das war doch eben, was wir gedreht haben, sowas. Krass, ja. Halt gedrückt, halt gedrückt. Ach, das war das. Es war auch noch dunkel, Leute. Durch Zufall habe ich so ein Ding gedreht. Oh, ich muss noch ein Ventil finden. Oh. Oh. Alter. Ach du Scheiße, Bruder. Was atmet hier bitte? Ach du heiliger, Bruder. Alter. Jetzt kannst du aufschießen wieder. Pass auf. Ich glaube, mit rechts kannst du auch zielen. Ja. Okay, shit. Ich muss das Ventil finden. Mhm. Da war noch so locker so zwei, drei Tore zu machen. Ja. Alter, er schläft einfach hier. Alter. Wer im Wasserbunker. Wer pennt da, Junge. Einer, der unten, der ist richtig am Arsch. Der ist am Arsch, Digga. Da liegt was. Oh. Oh, Schlüssel. Oh. Oh. Oh mein Gott, der ist wieder... Schieß doch, schieß doch. Willst du nachm schießen, Bro? Er ist ja verkraften, wer auf mich zukommt, Digga. Shit. Shit. Scheiße, Alter. Waffe ist nicht umsonst, Bro. Nee, die ist nicht umsonst. Oh, shit. Okay. Alter, war zu creepy, Mann. Retry. Es geht voll ab, Mann, das Game. Ja, Mann. Boah, ist echt intensiv. Ja, Bruder. Ja. Jetzt geht es in die Offensive. Es war ein Aufwärmer. Ja. Erster One gewesen. Boah, wie zielt der, Alter? Bisschen grob, ne? Oh, shit. Kann ich gerne mal aufdrehen. Was geht hier ab? Ist das eine Fliege? Einfach? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, du ist rasiert, ey. Jo. Warum kommt der jetzt aber schon? Der kam direkt. Alter. Alter, ich bin so unberechtigt. Alter, krass. Aber er ist mein erstes Team. Junge. Den ersten Dude zerlegt. Boah, Junge, wie der ankam. Wie der ankam, ne? Oh, ich hab Angst. Schnell... Haben wir den Schlüssel jetzt noch? Ich wette, das kommt immer schneller. Oh, hier rennen irgendwelche Psychos rum, Alter. Guck mal, ob der Schlüssel noch da ist. Shit, ich glaub, der ist weg. Da links, links, links. Oder? Oh, der ist da. Oh, der ist da. Oh, mein Gott, jetzt kommt der Rote, ne? Okay, komm, komm. Oder war der das? Kann sein, dass das war. Shit, Alter. Vielleicht das Spiel so intelligent. Die kommen dann direkt auf einen zu. Für was sind die aber? Wir müssen gleich mal gucken, wo wir den benutzen können. Nachladen. Ja, mal nachladen. Guck mal da. Oh, ja. Okay, komm, geh hier rein, Bruder. Warte, ey. Bro, ich hab Angst. Liked den Stream, Leute. Unbedingt. Ja, Mann. Ganz wichtig. Oh, shit. Ich dachte auch. Oh, ne Tür. Einfach ne Haustür, Leute. Oh, da ist ein Ventil. Oh, da ist ein Ventil. Oh, mein Gott. Ich dachte, hier versteckt sich jemand. Ey, ich glaube, das ist ein Entwickler. Immer Masse von diesen Typen. Boah, da kommt doch jemand von hinten, oder nicht? Oh, Gott. Ey, Leute, man dreht und dann kommt Musik. Ich hab Gänsehaut, Bruder. Es gibt nichts Ekeligeres gerade. Ich hab komplett Gänsehaut. Jede Ecke, Mann. Guck mal. Okay, ich komm gar nicht lang. Du kannst dich stucken in dem Game. Ja. Okay, ich muss langsam. Die Musik kann nichts Gutes bedeuten. Einfach zwei Gänge. Oh, mein Gott. Warum ist die Musik aus? Ich hab das Gefühl, es kommt richtig lang. Nein. Bruder, warum ist die Musik aus? Bitte. Ah, hier ist jetzt auf. Ah, noch eins müssen wir öffnen, ne? Ah, komm, wir schon lang, ne? Oh, sehr gut. Oh, der warfet ihn. Der hat leider gehauft, Alter. Da ist jemand. Oh, ich hab richtig Angst. Der Korb, der in die Burner wegkriegt, Digga. Ja, lass da looten, wenn da was ist. Ist nix, Bruder. Oh, shit, Alter. Okay, lass den rechts abbiegen. Bruder, ich soll mal speichern, bitte. Ist so. Speichern. Alter. Okay. Ist hier irgendwas nützliches? Ne. Wann ist öffnen? Ne. Willi Dürmoyles? Ne. Oh, shit. Junge, total einer gefiltert wird, irgendwo an der Kamera. Oh, siehst du! Oh, mein Gott. Oh mein Gott, EdLog 진짜. Nein, der war echt groß. Herr de drohe, inside Joll Ginny. Ich war in die Ecke, nein. Okay, von dem muss ich dann weggehen und den abschießen. Das ist krass, wenn man schießen muss und so. Das war auch der Typ mit der Maske die ganze Zeit, wenn wir die Masten abgeknallt haben. Ich glaube, das ist der Endboss. Da muss man dann langsam zurückgehen. Ja, genau. Wie machen wir das? Ja, das geht gleich. Boah, kranker Gestalt, ne? Oder ja. Wir müssen auf dem Hut sein, ne? Aber der macht ja bemerkt mit diesem Sound, ne? Ja, das wusste ich von wo, Alter. Ja, man muss erst mal klarkommen, wo ist der. Egal, egal. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ich glaube, der hat richtig viel Leben. Ja, von dem muss man wegrennen. Den häppchenweise abknallt. Warte mal. Drück mal auf. Aber der ist nicht neu. Warte mal. Ah, wir müssen auch drücken, ne? Okay, das letzte Speicherstand. Ist gespeichert. Wo sind wir? Wo war das los? Ah, ne. Okay. Pass auf! Der muss! Dann haben wir die ganzen Monster nicht speichert. Müssen wir nur noch den töten? Ach, jetzt geht's um den. Oh, shit. Okay, dann spielen wir Intelligenz hier immer weiter. Ja, ja, ja. Aber wir haben die Sachen noch freigestanden. Ich glaube schon, ich glaube schon. Junge, das ist nicht normal, Alter. Du kannst es doch gar nicht kontrollieren, Alter. Der kommt direkt. Aber sind die Tore dann jetzt auf? Moritz, guck mal direkt rechts. Ja. Nein! Doch, 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 doch. Ist nur der Anfang. Die kommen immer von woanders, Bruder. Aber das Tor ist offen. Ach so. Guck, nur das war zu. Dann sind wir ja links und rechts gegangen, weißt du? Trotzdem kommt der immer von woanders. Ach so, ja, das stimmt. Aber wir hatten wegen speichert, dass die Tore offen sind. Oh, shit, Alter. Aber ja, der kommt von überall. Von wo der will, Bruder. Der Monster geht immer weiter, dann. Ja. Ah, das ist ein Tier. Oh, mein Gott. Lasse. Auf jeden Fall ein Ventil. Lad nach, Bruder, lad nach. Oh, mein Gott. 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 Junge. Wie kommt da? Digga, wie viele sind das? Bro. Wow. Ich finde die kranke Scheiße, ey. Wie tötet man die? Headshots? Ich glaube, wir müssen Headshots knallen, Alter. Wir müssen besser auf die Blonde ziehen, ne? Okay, retry. Junge, wie viele kommen aus jeder Ecke, Alter? Kein Spaß mehr. Den abknall, dann ab und zurück in eine safe Ecke gehen. Ja. Okay. Aber da kommt einer von hinten, Alter. Scheiße. Du musst, glaube ich, vielleicht Runden drehen um den Schrank. Weißt du? Hm. Guck, der ist doch hier am rumlaufen, da. Ja, der kann überall sein. Ja, der kann überall sein. Hinter das Schrank ist der. Knall auf seinen Kopf diesmal. Da, da, da. Ja. Oh mein Gott. Das ist ja so schnell, Digga. Pass auf. Da kommt einer von links. Wow. Shit. Wir müssen Runden drehen. Okay, okay. Boah, wie viel sind das? Digga, ich verzweifle. Setz mich vorher unter Druck, Alter. Ja, aber das ist... Das ist ekelig, Alter. Das ist echt ekelig. Das ist echt ekelig. Okay, das knall in seinen Schädel rein. Komm, Junge. Ja. Oh mein... Oh, oh, oh. Er ist down, er ist down. Er ist down? Headshot, Bruder. Headshot. Headshot ist es, Bruder. Komm, Junge. Komm. Oh mein Gott. Bruder, chill. Chill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch einer. Noch einer. Oh mein Gott, Digga. Sauber, Bruder. Sauber, rein. Noch jemand? Ey, das Ventil drehen. Okay, komm. Stark, stark. Das letzte, das letzte Ding. Drei Stück, Bruder. Die ganze Familie, Alter. Was machen die hier unten? Sehr gut. Also Headies sind wichtig. Was ist mit denen hier unten passiert, Junge? Okay, schnell raus. Nächster Raum. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Nein. 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 Stopp. Du denn. Oh mein Gott. Er sagt gar nichts, Alter. Er macht Moonwalk. Was macht der? Der tanzt da, Leute. Oh, er macht miese. Miese Moves. Yohohohoho. Leute, Fortnite-Dance. Leute, er danzt einfach. Gib ihm Hände hier, Alter. Was zur Hölle? Jürgen, mach mal einen Abgang jetzt. Abgang. Alter. Kannst du schnell vorbei? Bro, gib schlafen. Er danzt einfach. Oh. Krasses Game, Alter. Junge. Ey, Leute. Fette Daumen hoch für weitere Solcher Games. Shooter mit Horror ist heftig. Fand ich auch krass. Die Kombi, das ist krass. Wenn die töten müssen, die kommen aus jeder Ecke gekrabbelt. Ey, witzig, Alter. Das ist heftig, Alter. Und am Ende noch Rumor gehabt, die Leute. Crazy, Leute. Crazy Game. Der Danzt einfach abweifelt. Wenn du weißt nicht, was du bekommst, dann kommt noch was. Hammer Game. Daumen hoch für mehr Solcher Games auf jeden Fall. Fette Daumen hoch. Ja, Mann. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ob keinem wie so passen. Wenn ihr wollt, checkt mir gerne unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Verlinkt uns gerne auf Instagram, wenn ihr euch was gegönnt habt. Yes, Sir. Bis zum nächsten Video. Peace. Geiles Game, Alter. Verrücktes Game. Mal was anderes irgendwie. Mal was ganz anderes. Simpel und alles. Okay. Calvin ist jetzt. In der Zeit. Wir gehen nochmal rein in Dead and Exit 8. Wir versuchen es nochmal, Leute. Ja. Den Lauf unseres Lebens jetzt machen. Ja, Mann. Okay, komm. Streamliken nicht vergessen, wenn ihr euch geliked habt. Auf jeden Fall. Liken den Stream, Leute. Okay. Heute ein hartes Bein, Bauchtraining gehabt. Game safe. Er wird durch Resident Evil 7, 8 gefallen. Ich hatte einen Teil gespielt auf PS5, den Teil. Der war heftig. Der war richtig geil. Können wir uns auch mal vorknüpfen, ne? Mhm. Okay. Wäre dann ein Langzeitprojekt. Okay. Den Erstlauf nehmen wir eh rein. Egal, wir sind gut, Digger. Genau. So. Weiter geht's. 1F. Wir rattern durch hier. Die Schwester. Seht clean aus. Hier geht's gut. Okay, sieht gut aus. Ich gehe einfach durch, wir mehr nichts zu verlieren. Mhm. Let's go. Let's go. Oh. Gepflegt falsch. Oh, der hat noch nichts gesagt, der Typ. Ah ne, muss aber auch nicht. Ich weiß nicht. Boah Leute, das ist voll schwierig. Der Typ verunsichert mich. Muss der was sagen oder nicht? Noch ein paar Sätze relevant. Sieht aber auch wie der clean aus auf ersten Blick. Aber egal, geht durch. Ja, wenn wir nicht. Aber wenn er nichts sagt, dann ist das nicht abhängig davon. Genau. Hä? 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 War er hier in the ring oder was? Oh ja. Guck mal, wie clean das aus. Where am I? Der hat ein bisschen früh jetzt geredet. Aber das ist unrelevant, was der sagen. Und dann müssen wir warten, bis die da hinten ist. Stell mal vor, die macht auch einen Backflip oder so am Ende. Und wir wissen das nicht. Bin ich zu schnell? Bin ich zu schnell? Das ist zu hell. Ich weiß auch. Okay, wir warten, bis sie steht. Wir müssen das verstehen, Digga. Räume sind gut aus. Räume sind clean. Weil jetzt die ganze Zeit der gleiche Raum. Ohne Spaß. No cap, oder? No cap. Genau, das macht immer Geräusche, wenn die geht. Okay, wir warten jetzt, bis sie steht. Aber muss er labern oder nicht, Bruder? Das mit dem Reden ist schwierig, Mann. Können wir doch nicht so ganz tracken. Okay, die kühlt sich ab. Kommt mir jetzt positiv vor. Ich denke, das ist der letzte Raum und wir gehen jetzt weiter. Ja. Aber eigentlich, where am I? muss er, glaube ich, sagen. Das war richtig. Also es ist egal, was er sagt. Also es ist wirklich egal. Wir müssen nur, glaube ich, warten, bis sie steht. Wenn der nix hat, ist auch egal. Okay, dann warten wir. Wir müssen echt warten, bis sie steht. Wir müssen echt abwarten, damit das Spiel nicht... Wir waren zu schnell. Also. Oder? Glaube wir. Die Räume sehen gut aus. Zum Chillen. Fünf Stühle. Kein Monster hier drin. Keep quiet. Emergency Room. Fire Exit. Stimmt. Da müssen wir auch drauf achten, genau. Ja. Ja. Das sah gut aus. Where am I? Das passt sogar. Der ist gut. Der ist es. Wir gehen weiter. Der ist gut. Vielleicht sind doch ein paar Kleinigkeiten hier anders. Mhm. Let's go. Drei. Easy. Schnaufen? Schnaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sollen wir dann laufen oder direkt zurück, Alter? Oh mein Gott. Yo. Sorry, laufen. Okay, ganz schnell hier weg. Ganz schnell hier raus, Alter. Wir laufen auch. Ganz schnell hier raus, Bruder. Was passiert hier? 4F, let's go. Let's go, Leute. Easy. 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 Richtig crazy der Teil, ey. Okay, Consulting. X-Ray. Geht die gerade mit mehr Schwung? Mein Monster. Oder will ich mir das ein? Nein, die geht normal. Ach so. Leute, geht die anders oder? Das ist normal. Manchmal achtest du auf so Dinge, wenn die Leute fertig sind. Der Gang kommt mir gerade auch ein bisschen anders vor. Aber Schatten ist da, ne? Der Gang, Leute. Mhm. Boah. Ich weiß nicht. Guck mal, guck die Tür an. Emergency. Sonst alles gut. War der Gang komisch oder nicht? Schwierig das zu sagen, ne? Hm. Sonst war Klee nice. Ich glaube, ich bin gerade verkauft. Und sollten 1, 2, X-Ray restroom. Machen wir uns nicht verrückt wegen dem Gang, oder? Ja, komm. War richtig, oder? Nein. Der Gang war doch. Jetzt gucken wir auf den Gang. Boah. Leute, wenn jetzt nicht so schwungvoll geht. Ja, hier geht immer Schwung vor, oder? Das ist auch wieder mit Schwung. Ja. Das war was anderes. Hä? Was war denn falsch? Das ist das Heftige. Was war jetzt falsch? War jetzt Feuerlöcher oder so? Oh, wir müssen die auch abzählen. Lichter? Oh mein Gott. Shit. Jetzt wäre die Frage, worauf müssen wir überhaupt achten, Leute? Shit, wäre das der letzte Raum? Wir würden hart abkacken. Ja. Und was mit dem Typ? Soll der was sagen oder nicht? Ja, Mann. Der Kollege, den wir es mal in den Griff bekommen. Soll der was sagen oder nicht? Soll der was sagen oder nicht, ne? Ich will mehr nichts verlieren. Ja. Falsch. Oh shit. Eins, zwei, drei Feuerlöcher. Ne, drei Stück. Ein Feuermelder. Die sind versetzt. Hä? Ist doch schwerer als gedacht oder was? Ist doch knick. Oh, hier ist gar nichts drauf. Oh, da ist nichts. Okay, das ist falsch. Ah, warte. Auf der anderen Seite steht auch immer noch. Wir müssen wieder an die Details gehen. Ja, Mann. Wir sind zu gierig gewesen. Krass, okay. Es gibt doch Kleinigkeiten, die hier. Mhm. Nicht stimmen. Zweiter Easy. Okay, zwei. Let's go. Digga, was hast du das? Hast du gesprintet? Es wird immer zu lange gesprintet einfach. Ah, okay. War ja auch bei Projekt 13 irgendwie. Ja, stimmt. Ich hätte nämlich schon gedacht, nicht, dass das ein Gift oder so ist. War immer. Okay, der Schwester geht's gut. Mhm. Kein Creep da drin. Oh, shit! Oh mein Gott, Junge! Wow! Schnell weg hier! Operationsraum ist ausgelaufen. Alter, von oben drüber der. 3F, let's go. Wenn man Level 8 erreicht, dann geht's ja irgendwie weiter. Du musst dann den richtigen finden und dann erst gehen. Ah, so. Okay, okay, okay. Fire, Emergency, let's go. Keep quiet. Aufzug. Bei den Schächten und so bin ich mir jetzt nicht sicher. Feuermelder und so. Ich habe jetzt noch die Stühle beachtet. Mhm. Deckenlampen. Das sieht eigentlich clean aus. Die Frau auch. Höh? Sie macht nicht den? Ne, doch, doch, doch. Die macht's ab und zu. Ah, okay. Die hört dann auf. Guckt. Ah, okay, okay. Dann ist es so wichtig. Okay. Oh, stand da oben was? Oh. War da immer eine Lücke? Hm. War da eine Lücke? Das sind wieder so diese Sachen, ne? Shit. Ist gut sonst. Das ist nur ein Mini-Fehler. Mhm. Soll ich gehen? Oh, Dicke, das sind immer so... Minecraft Clips mit 4 Euro. Vielen Dank, Bruder. Danke für das Problem, Bruder. Könnt ihr mal Resident Evil testen? Können wir mal auf jeden Fall machen. Haben schon öfter welche geschrieben? Safe, bro. Safe, safe. Ja, Mann. Hm. Was sagst du, Bruder? Wollen wir uns riskieren? Ich glaube, ich würde gehen jetzt. Wir gehen. Und dann wissen wir ja. Kaum. Auch wenn es weh tut. Rein in die Masse, Leute. Bis 8 haben wir eigentlich schnell geschafft. Oh, let's go. 4. Nice, nice, nice. Okay, das ist immer eine Lücke. Okay, Lücke ist richtig. X-Ray. Was soll denn? Okay, okay. Clean. Der ist alles clean. Kein Monster hier drin. Fire, Emergency. Diese Sprenkler. Sigutos, Sigutos. Oh nein, 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 nein. Hier. Das ist unterschiedlich. Oh ja. Dieser Schacht war immer links. Oh mein Gott, dass ich das jetzt gesehen habe. Der war immer links neben so einem Sprenkler oder so. Das hast du gut gesehen, Digga. Doch, 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 doch. Da war irgendwas anders. Türgriff? Oh shit. Der war eh falsch da oben. Nein, was? Was? Kurz. Ah shit. Oh shit. Oh, wow. Jo. Jo, sie kommt auf uns. Was macht die? Alter. Ach, haben wir dann auch verpackt? Ja, ja. Boah, die kann einen packen, Alter. Aber man kann gepackt werden, Digga. Bier im Aufzug. Und nach dem Matsch muss ich machen, ne? Shit, hier oben war doch nichts. Also man muss aktiver werden auf jeden Fall, ne? Boah. Ja, man. Ach, hier war das. Hier war so links, rechts irgendwie. Ja, ja, ja. Das habe ich verwechselt. Leute, das Spiel ist auf jeden Fall eine Nummer intensiver als Exit 8. Ja, man. Das war noch die Beta-Version, Digga. Ich schwör auf alles. Fast, Mann, ja. Hey, die kam gerade gar nicht. Ja, ja, Mann. Die kam gerade gar nicht. Die hat Feierabend, Alter. Ja, guck mal hier. Go back. Oh, nice. Danke für den Tipp. Mehr Tipp kann man nicht bekommen. Okay, 2.11, let's go. Oh, rote Tür. Easy, easy, easy. Leute, das ist bei euch auch gerade so windig. Ja, Mann, hier ist richtig windig, Alter. Kein Spaß. Yo. Nehmt ihr den Rollstuhl jetzt? Ah, wir gehen mal zurück. Auf Vorsicht. Ja, Mann. Bevor wir da gepackt werden, geht's zurück. Wow. Easy, Leute. Okay, easy. Nice, direkt wieder vier. Okay, easy. So, Consulting 1, 2. X-Ray. Hat die die Hände immer so gehabt? Oh. Oder hat die nicht die Faust gehabt? Haltet auf. Ich bin, als ob die das, als ob die das Hände nennen. Nein. Das wäre zu klein, das glaube ich. Das wäre zu klein. Wir gucken gleich nochmal für ihre Hände, aber ich glaube das ist safe. Okay. Consulting 2, Rest Room. Oh. Ganz schnell zurück. Du Wing, geh mal wieder in deine Wing. Geh mal wieder in deinen Fernseher zurück. Geh mal in deinen Brunnen. Let's go, fünf. Noch drei Räume. Da müssen wir nur noch den richtigen finden. Oh, sehe ich schon. Consulting 2. Da stand immer eins. Let's go. Sauber. Let's go. Okay, 6F. Let's go. Easy, it's easy. Also, Consulting 1. Consulting 2. X-Ray. Die Lichter, Bruder. Ganz anders. Ganz anders. Tausend Lichter, Alter. Ja, das stimmt. Easy. Easy. Super gesehen. Let's go. Oh, easy, easy, easy. Okay, wir sind bei acht. Jetzt müssen wir den richtigen finden und den müssen wir nehmen. Leute, dann haben wir es. Man findet wieder schnell den Anschluss direkt. Ja. Das ist gut. Lichter ist normal. Aber jetzt müssen wir alles geben, Leute. So. Okay, Consulting 1. 2. X-Ray. Restroom. Alles da. X-Ray. Guck mal. Du machst dir mal freust du ein bisschen. Ja, immer diese... Okay, Leute. Safe Sache. Safe Sache. Easy, man. Easy. Okay. Consulting 2. Restroom. Boah, sieht gut aus. Emergency Fire Exit. Der sieht gerade ziemlich nice aus. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Schon in die Tür gucken? Fenster? Ist gut, was die macht. Kühlt die sich ab. Mhm. Ja, und nicht, dass die einen anderen... Boah, wenn das der ist, dann haben wir es geschafft. Hä? Warte. Ah. Okay, doch. Okay. Boah, sieht gut aus, oder? Alter. Warte beim Müll. Fünf Stühle. Alles genau. Was war mit den Schachts jetzt? So war das richtig? Ich weiß noch, da hinten waren es. Genau, hier waren es sozusagen. Der will uns verwirren, nur. War aber clean eigentlich, ne? Boah, der ist... Da waren auch immer zwei, das wusste noch. Ja, der ist clean, oder? Wir haben das durchgespielt, oder? Wenn wir es jetzt durchgehen und das stimmen. Das ist clean, oder? Passt so schön, um wahr zu sein, Leute. Naja, ich kann es nicht glauben, oder? Sollen wir es tun? Okay. Wandel Musik, Bruder. Leute. Haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Puh. Ist es. Bruder, ich finde gute Dinge, Alter, oder? Stay safe. Ist es der Durchgang? Also ich finde, der Raum ist auf jeden Fall... Ich glaube auch... Clean, Mann. Ich glaube, wir haben das Game besiegt, Leute. Ich glaube, das war's, Leute. Die Raum ist so kurz wie mit meiner Meinung. Also... Like das Video. Gehen jetzt da rein. Let's go. Abonnieren, Glock aktivieren. Bis zum letzten Video. Peace! Peace! Oh mein Gott! Yes, Sir! Willkommen in den Himmel! Yes, Sir! Nice! Easy Game, Leute. Leute, wir haben Ausbildung gemacht. Ja, Mann. Wir sind durch Station 5 gegangen. Das war das Härteste. Ja. Durch Projekt 13. Das zweithärteste. Projekt 13, ja. Exit 8. Easy. Und das noch easier, Leute. Jeder Teil, der rauskommt, wird von uns durchgefunden. Ja, Mann. Schreibt mehr Anomalie-Games, wenn ihr rauskommt. Indie-Comics oder wenn ihr welche kennt. Ja, Mann. Das ist immer unser Ding. Genau. Und wie gesagt, diese mit Jumpscares noch. Das wäre zu heftig, Alter. Das wäre brutal. Das wäre zu brutal. Ich hoffe, da kommt unsere übelste Jumpscare-Version. Ja, Mann. Yes, Sir. Leute, fette Daumen hoch für mehr verrückte, geile Horror-Games. Yes. Oder solche Games. Checkt unbedingt noch unsere Merch-Up ab. Link in der Beschreibung. Und verlinkt uns auch gerne auf Instagram drauf. Wir liken's durch. Bis zum nächsten Video. Nice. Geil, Digga. Easy game, easy game. Okay, nice. Das ist auch durchgerattert. Baby in Yellow haben wir noch. Und Buried Alive. Das geht so eine Stunde. Baby in Yellow weiß ich gar nicht. Das ist eine geile Abwechslung. Baby in Yellow jetzt, ne? Entweder Baby in Yellow oder lebendig begraben werden. Boah, ist auch krass. Wobei das krass. Das sah auch krass aus. Hat mir ja einer auf Instagram geschrieben. Das müssen wir ja gucken. Sollen wir begraben werden? Lebendig? Das fühl ich jetzt ja. Okay, komm. Das ist eine neue Game für das Spiel aufgebaut ist. Let's go. Wir starten rein, Leute. Ich hab jetzt auch aufgesessen. Kommt weg mit den Zingern. Auch rein, auch rein. Buried Alive ist krass. Ich bin gespannt. Es sah heftig aus, Alter. Das sind ja auch Horrorvorstellungen, Alter. Wenn man lebendig einfach begraben wird. Eigentlich alle höchsten Sachen, ne? Also Schlimmeres gibt es glaube ich nicht. Ich spürst hier. Ja. Was ist das für ein Spiel? Ja, ich dachte. Flugzeug oder so. Achso. Schon so gradmäßig, ne? Na man. Ich weiß nicht. Wird der aus Versehen lebendig begraben oder bewusst? Bin mal gespannt jetzt, ne? Are you ready, Bro? Are you fucking ready, Bro? Du musst dem Wasser direkt begangen. Leute. Holst euch ein Getränk. Liked unbedingt den Zwiebeln, wenn ihr es nicht gemacht habt, bitte. Geht ca. eine Stunde oder so das Game. Geht das auf Deutsch? Oh, gibt es sogar auf Deutsch. Sehr stark. Ich weiß nicht, ob der Sound hat oder nicht. Aber. Es geht auf Deutsch. Nee, du fängst mich. Sonst kracht's. Kein Fals. Alles gut, Bro. Leute. Smacken mal Kelben. Wie ist es Smacken? Warte, bis Kelben festgeschissen hat, dann geht's los. Dann geht's weiter, Leute. Auf jeden Fall. Ihr könnt immer Games in Discord schreiben. Unter den Videos. Oder auf Instagram bei uns. Könnt ihr's immer Games schicken. Dann gucken wir immer, ob die nice sind. Prunk. Wir sind Prunk. Turb. Nur. Das war's für heute. Ich muss mehr Dings besorgen, das passiert schon, was ich hier lagern kann. Der Kelvenbau auf jeden Fall noch Rache. Die hat mir ja einmal eine Smackcam gegeben im Stream. Da muss ich mich dick nochmal rächen. Ja, Rache, safe, safe, safe. Sehr, 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 sehr. Geht's dir sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. So wird er auch. Brigitte. Sehr, sehr, sehr gut. Segre. Das war's für heute. Es war's für heute. Das war's für heute. Okay, du bist dran, ne? Ich habe gerade rausgehabt. Eine frische Runde, schlichtweg. So läuft das hier. Nein, 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 nein. Ich will es hier verhandeln. Ich habe jetzt da rausgeballert, Junge. Okay, das ist gut. Gut. Gute Mann gehabt hier. Ja. Das ist mein Würdiger. Oh, ich weiß nicht. Sorry. So, ich jetzt die nächsten drei Tage machen. Mach schon. Unsere daily Uploads gucken, Bro. Daily Uploads. Ja, Mann. Nimmst du jeden Tag auf YouTube Brownies ein Video. Gilt euch das. Look alle Games. So, okay, okay, okay. Rein in die Masse, Digga. Ah ja, ich drunter. Wie hieß das? Buried the Life. Okay. 3, 2, 1. Peace to the basket. Ich bin's Marvin. Leute, ein neues Horror-Game. Und zwar... Buried the Life. Leute, wir werden lebendig begraben. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder aus Versehen. Ja. Und darum geht es in dem Horrorspiel. Ganz crazy. Die Vorstellung ist erstmal, das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Absolut. Du bist lebendig und bist begraben, Digga. Also... Keine Ahnung, was ich da machen würde. Ist sehr grässlich. Kennst du den Film Kill Bill? Wo der sich so hochgeschlagen hat? Ja. Da ist die rausgekommen. So würde ich das auch machen. Genau, genau. Ja, Mann. Aber das ist sehr creepy der Gedanke. Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr solche Horror-Games. Ja, Mann. Daumen hoch. Kommt nachher davon. Du fängst an, Bruder. Kanal abonnieren und Glock aktivieren, Leute. Für keine Videos zu verpassen. Let's go. Let's go. Mein Vater hat immer gesagt, für die Liebe muss man kämpfen. Heute bin ich entschlossen zu kämpfen. Oh, Mann. Wir sind direkt schon gefahren, Alter. Oh, shit. Sauerstoff und Leben. Oh, Mann. Wir sind schon drin. Shit, wir sind drin. Einfach. Was zur Hölle. Dann war es doch aus Versehen. Okay. Okay, ruhig. Bruder. Wie ist das passiert? Direkt Panik geschoben. Okay. Das letzte an, dass ich mich erinnere. Ich hatte einen Junggesellenabschied und wir hatten uns richtig betrunken. Oh, shit. Unser Handy geht sogar. Krass. Das ist krass. Direkt Polizei rufen. Hannah? Jack. Jack. Bitte hol mich hier raus. Hannah? Hannah. Wo bist du? Ist die auch da drin? Es ist so dunkel und unheimlich hier drin. Hannah? Kannst du mich hören? Die ist auch da drin. Fuck. Oh, shit. Wurden wir entführt? Irgendwann hat ein Scheiß gebaut. Wurden wir entführt, Alter? Wurde Leute erstmal Feuer anmachen. Okay. Über ein Messer im Bein. Alter. Oh. Oh, wir wurden... Nein, zieh nicht raus, Alter. Okay. Dann verblutet er. Das war jetzt dumm. Oder eigentlich Wunde zubinden jetzt. Eigentlich in der T-Shirt, ne? Er blutet aber nicht, alles gut. Okay, okay. Alter. Nagel? Oh. Hände? Hände, Feuerzeug, Messer. Okay. Zieh mal den Nagel raus. Mit den Händen, ja. Oh. Oh, wir haben uns verletzt. Oh nein, wir verlieren Leben. Ah, okay. Wir müssen gute Entscheidungen treffen. Ich glaube, durch das Messer haben wir auch Leben verloren. Ich glaube, das war schon eine Entscheidung. Feuerzeug? Macht das Sinn? Eher ein Messer, ne? Machen wir ein Messer. Okay, leg los, Bruder. Komm, fass das. Okay. Okay. Mit dem Messer, okay. Dafür haben wir das wenigstens. Ja. Wir müssen uns irgendwie rauskennen, ne? Boah, Sauerstoff schon richtig wenig, Bruder. So schnell geht das? Oh, shit. Ah, hier, noch mehr Nägel. Ja. Messer rausholen. Boah, wir sterben gleich. Der hat zu viel Panik. Ich glaube, wir kriegen aber gleich... Der muss sich beruhigen. Ja, wir müssen schnell irgendwie ein bisschen Luft da machen. Oh, shit. Wegen der Panik auf jeden Fall, ne? Riecht der so durch? Beruhig dich, Bruder. Hoffentlich kommt jetzt ein bisschen Sauerstoff rein. Verdammt. Oh, oh, oh. Okay, mach. Sack, Deckel, schnell. Höne. Höne. Er hebt hoch. Höch damit. Was? etwas anderes hält den Deckel auf, nein. Wir haben keinen Sauerstoff mehr fast. Was steht da? Sargdeckel. Na mal hochdrücken. Nimmt Feuerzeug Sauerstoff weg? Das frage ich mich auch gerade. Whoa. Ja, ne? Okay, wir können das nicht aufmachen. Mal Feuerzeuge an, Alter. Was können wir hier noch machen? Sargdeckel. Warte, kannst du es abbrennen? Okay, dann verbrennen wir. Okay, tot. Okay, krass. Okay, ich bin dran. Das heißt, wir müssen geschickt... Die Vorangehensweise war vielleicht nicht so stark. Genau, wir dürfen nicht viel Sauerstoff verlieren und nicht viel Leben verlieren. Also wir müssen jeden Move gut timen. Können wir nicht anrufen? Wir gucken jetzt mal, dass wir es anders machen können. Handy? Okay, ich benutze mal Feuerzeug erst mal nicht. Genau, das jetzt nicht benutzen. Vielleicht geht das schneller weg. Oh shit, Alter. Okay, calm down. Oh, vielleicht geht das. Ich glaube auch vom Feuerzeug. Ja. Das muss man sehen jetzt, Anton. Ich könnte auch die Polizei holen oder nicht. Jack, Jack! Thank God! Please! Und ich ziehe das Messer auch noch nicht raus, weil er arbeitet. Hannah, Hannah! Where are you? Zach! It's so dark and scary in here. Hannah, can you hear me? Okay. Fuck! Ich hoffe, wir können die auch noch retten. Okay, Messer ist mir nicht. Warte, wie kann man das Handy jetzt nehmen? Das ist die Sargwand. Dann geht er nach oben. Aber Wand ist hinten. Oh! Oh! Ich kann sich hinten aufschlagen. Er ist aufgetreten. Warte. Oh, warte. War noch was? Okay. Oh, ist es offen? Aber hast du was getan? Ich habe ein bisschen Leben verloren. Warte, ich mache mal Vollzeit. Okay, da hinten ist irgendwas auf. Meinst du, jetzt kann ich den Deckel aufmachen oder nicht? Das ist die Frage. Messer daran nicht. Das machen wir zum Schluss. Ja. Sag Deckel. Kann man das mal oben, ob das was gebracht hat? Vielleicht etwas. Okay. Okay. So konnten wir noch nichts machen. Okay, nein. Vielleicht jetzt die Nägel als nächstes? Jetzt die Nägel? Da müssen wir mal das Messer rausziehen. Ja. Was mit dem Handy? Kannst du das nicht nehmen? Ich kann das nicht nehmen. Wie dumm. Das hätte man damit Licht machen können. Ja. Ja. Es gibt nur Nägel und Messer. Okay, dann müssen wir jetzt. Und Deckel. Wenn wir wenigstens die Sargmant aufgemacht haben. Dann würde ich sagen, jetzt. Okay. Soll ich... Okay. Soll ich mal Feuer weg? Ich glaube... Sauerstoff kommt sogar wieder. Krass. Vielleicht dadurch, dass wir Luft geschaffen haben. Ah, Sargmant. Da kommt jetzt Luft raus. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, nice. Weil das hat uns eben gefehlt. Ja. Okay. Nagel. Messer. Genau. Ich lasse Feuer erst mal aus. Guck, Sauerstoff kommt. Sehr gut. Okay, nice. Wir haben eine Luft zuvor hier am Start. Da kannst du auch Feuer machen. Gucken ob das... Oh. Okay. Es wird sehr weniger. Durch Feuerzeug. Ich mache es auf jeden Fall aus. Messer. Erstmal die Nägel rein. Ja. Atmen auch diesmal nicht so krass. Wir sind ein bisschen entspannt damit. Ja. So Messer. Oh. Was wenn ich die mit Feuerzeug gemacht hätte? Dann wären die heiß geworden. Hätte ich dann irgendwas machen können. Ich frage mich auch. Hätte das Vorteil uns gegeben? Es gibt nichts mehr außer Deckel. Hä? Moment. Vielleicht war das wegen den... Wir werden wir testen. Verliehen aber Leben, ne? Ja. Ich bin gespannt. Es würde ein bisschen Kraft kosten jetzt, Leute. Aber... Wir wollen wissen. Haben wir was erreicht? Ja. Oh mein Gott. Wir können zu unserer... Oh shit. Die Frage ist, sind wir jetzt raus direkt? Oh Schlitz? Hände? 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 Oder... Was macht er? Ich brauche etwas länger hier. Oh, was Längeres? Aber schon mal Hoffnung, Leute. Wir kommen hier raus. Okay, nice. Oh, hier ist es. Ah, nice. Let's go. Dann müssen wir erklären, wenn wir da reinkommen, wer ist das? Wir klatschen uns da rein. Wir sind aber nicht unter der Erde, ne? Ich frage mich auch. Was ist das denn? In irgendeinem Verlies oder so? Ja, man war ja auf einer Party betrunken. Wir haben uns irgendwie random reingepackt, ne? Krass. Okay. Wer ist denn nun hier? Zum Teufel bin ich. Hanna, bist du da? Jetzt kannst du mich hören. Die ist doch neben uns. Ist jemand da? Kann jemand mich hören? Wo ist denn eine andere Segel? Okay. Wo ist jetzt Hanna? Hanna, Montana? Wo bist du? Ist ja. In welchem Tempel, Alter, sind wir hier, Junge? Tempel Run, Alter. In Ägypten, oder was? Oh, Leute. Jetzt geht es weiter? Jetzt geht es richtig los. Ach, krass. Ich dachte, das... Ich dachte auch, das wäre ein Game, was... Ja, ich dachte, das Spiel... So ein POV, ne? Oh. 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 Wir brauchen noch einen Schädel. Okay. Meint der Gott. Wahrscheinlich können wir dann irgendeine Tür öffnen oder so, ne? Ja. Ich dachte auch, das spielt sich jetzt nur am Sarg ab. Einfach, hab ich auch gedacht, so POV. Da sind wir echt in einem Tempel hier, ey. Untersuchen. Glückwunsch, Jack. Du hast es geschafft. Aber du solltest dich beeilen, denn ich habe deine Verlobte sehr tief begraben. Oh. Ey, wer ist das? Und sie wird nicht von alleine herauskommen. Wie finden sie sie? Frag Frederic Simons. PS, das mit den Beinen tut mir leid. Oh, wegen dem Messer, ne? Ja, Mann. Ich hab das nicht geplant, oder so. Aber so macht es mehr Spaß, oder? Yo, ist einfach der Game Master, Alter. Das ist der Game Master. Oh, shit. Hannah, Hannah, kannst du mich hören? Ich bin hier reingefallen, Bruder. Hier ist ein Schädel. Ich brauche einen Skull mit einem fractured frontal lobe. Oh, irgendeinen mit einem fractured frontal lobe? Was? Oh, shit. Der muss irgendwie bestimmt aussehen. Ah, so ein bestimmter Schädel brauchen, ne? Okay, der sagt wenigstens, es sieht nicht so aus wie der. Oh, shit. Ist das einfach eine Mumie? Bruder, wir sind hier irgendwo in Pyramiden drin. Alles in der Ägypten, oder so. Okay, das waren nicht die Schäden. Nicht, was wir brauchen. Ja, den braucht er. Okay, perfekt. Wir haben ihn. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch, Junge. Die Frage ist... Okay, Tab, wir haben Hände, Feuerzeug und Schädel. Können wir da auch mit den Händen hoch? Wir brauchen ein Seil, oder? Ach, das ist ja gar nichts. Wir haben hier von den... Vielleicht ist hier irgendwo ein Knopf, oder so. Guck mal, wo man vielleicht... Oh, hier. Ah, nice. Können wir so ein bisschen... Okay. Klettern. Let's go. Let's go. Let's go. Nice. Okay, wir haben den Schädel. Verdammten Schädel, Alter. Oh, jetzt bin ich einfach runtergedrippt. Krass. Einfach hol die Falle. So, rein damit. Sieht aus wie Temple Run. Ja, Mann. Wenn das als 3D-Spiel ist. Wow. Okay, Geheimgang. Das ist ein Geheimgang. Oh. Großer Türschlüssel. Und wieder ein Hinweis. Jack, du fragst dich wahrscheinlich, was zum Teufel hier los ist? Mhm. Und wessen Überreste das sind? Nun, das sind meine biologischen Eltern. Sie heißen Emily und Luke. Sie waren unsterblich ineinander verliebt. Hm, wirklich wahnsinnig. Eines Tages erwischte Luke meine Mutter beim Flirten mit einem anderen Mann. Ohne lange zu überlegen nahm er einen Schläger und schlug seinen Rivalen zu Tode. Emily versuchte ihn aufzuhalten. Was Luke nur noch wütender machte. In einem Wutanfall schlug er auch sie und brach ihr den Schädel auf. Boah. Sie werden fragen wo ich war. Ich war blutüberströmt und sah schweigend zu. Oh, das ist Mitterling. Deswegen hat er einen Knacks bekommen. Ja, Mann. How awful. Mach ein Spielchen jetzt hier. Wie spannend. Okay, wir haben einen dicken Schlüssel. Oh. Können aufmachen. Vielleicht ist ja unsere Freundin drunter. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell da ist. Weil die meint ja tief begraben. Aber wir gucken trotzdem halt. Stimmt. Macht er hier so komisch auf, Alter. Ich bin neugierig. Egal. Wir brauchen alles. Wir müssen alles looten. Oh. 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 Oh, nice. Ein Seil. Nimm hoch. Nächste Falle. Schön aus. Das kann man hier immer gebrochen. Zum Glück haben wir es genommen. Wir müssen es überall umgucken, falls hier irgendwas ist. Okay. Nicht, dass hier noch irgendwelche Fallen sind. Na, wir müssen mal auf den Boden gucken. Okay, der Schlüssel. Oh, hierfür war der Schlüssel. Brecheisen. Nice. Stark. Okay. Was auch immer, ich erzähle dir, was mit meinen Eltern als nächstes passiert ist. Oh, man kriegt immer so Stück für Stück mit. Als Lukas klar wurde, was er getan hatte, schleppte er die Leiche meiner Mutter in diese Gruft. Er legte sie in einen Betonsack und legte sich neben sie. Meine Mutter war noch bei Bewusstsein. Als Luke sich fest umarmte und den Deckel des Sarkophags schloss. Wie konnte ich das wissen? Ich habe ihm geholfen, den verdammten Deckel zu bewegen. Ja, ja. Mein Vater hat sich lebendig begraben. Zusammen mit seiner blutenden Geliebten, weil er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. Was zur Hölle? In diesem Moment habe ich verstanden, was wahre Liebe ist. Und du, Jack, was würdest du für deine Hände tun? Junge, was mit dem Vater? Der verlangt... Der schlägt die tot? Der will das kompensieren, indem wir das jetzt auch durchleben. Ja, dann begräbt er sich mit seiner Mutter, Alter. Alter, wie krank. Und sagt dem Sohn, der soll Deckel zumocken. Freunde, das kommt, wenn man keine Hobbys im Leben hat. Kein Sport, nichts als Ausgleich. Ja, Bruder, wir haben noch ein Seil, Alter. Ah, genau. Hä, wo ist das Seil? Haben wir ein Inventar? Ja. Haben wir das aufgehoben, oder? Ach, der ist weg. Oh, sch. Umgetauscht. Gehen wir aufs Seil, kommen wir ein Inventar und Größeres. Hier. Oh. Ah, wir können Fackeln anmachen. Richtig. Schönen Vibe, Leute. Ja, aber erstmal gemütlich machen hier. Muss. Hä, ich hab das doch genommen. Wir haben es auf jeden Fall genommen. Hä, das ist einfach weg. Hä, voll komisch. Hast du nachher noch was aufgehoben, das vielleicht auf dem Boden liegt? Ja, die Brechstange. Die war ja. Hier. Auf dem Boden. Hier war die Brechstange. Ach, vielleicht müssen wir mit der Brechstange noch irgendwas machen. Kann ich irgendwas tot klatschen? Oder auf. Oder auf. Vielleicht sie fester. Kann man aufmachen. Ja, überall testen. Ah. Oh, Haken. Okay, wir nehmen, Bruder. Ja, ich mach das gut, Leute. Oh, nice. Sieht aus, die Schlange. Ich hau das noch kaputt hier. Let's go. Nichts mehr. War man sonst noch besser hier? Ne, ne? Glaub nicht sogar. Okay, wir haben einen Haken. Nice. Okay, nice. Let's go. Perfekt, Leute. Let's go. Okay, wo kommen wir jetzt hier raus, Alter? Let's go. Oh, nächstes Level. Okay, witziges Game, Alter. Hör mal. Ganz anderes. Finden Sie das Grab von Frederic Simons. Okay, Taschenlamp am Start. Neue Notiz. Jack, lass dich nicht vom Friedrichswärter erwischen. Aha, da ist er oben. Er leidet an einer Art Altersdemenz oder so. Ich habe ihn mit meinen häufigen Auftauchen verärgert und jetzt ist er gereizt. Der arme Cameron muss gedacht haben, ich wäre eine Art Grabräuber. Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Übrigens hat er einen Schläger bei sich und hat mich damit schon ein paar Mal geschlagen. Also geh nicht in seiner Nähe, wenn du Henna retten und am Leben bleiben willst. Okay, hier rennt jemand. Oh, da ist jemand. Oh. Also der schlägt uns, Leute. Wir müssen aufpassen. Okay, vor dem fernhalten. Ich würde sagen, wir holen die Brechtstange raus, oder? Sieht auch aus wie das Friedhof-Game. Ja, Mann. Voll dabei. Wer kennt das Video? Ich habe Dings nicht mehr. Da waren wir auch im Werther nachts. Meine Brechtstange ist weg. Okay, war klar. Oh shit. Wir müssen vorne weggehen. Das ist sogar groß hier. Okay, krass. Lass ihn mal looten. Wir gucken, was hier geht. Okay, wir wollen die Schläger. Wir wollen die Schläger nicht erwischen lassen. Wir werden gereizt. Ich geh mal hier rein. Oh, da liegt was. Was ist das? Erste Hilfe. Oh. Oh nice. Wir können Leben verlieren. Falls er es auch schlägt, ne? Er schießt uns. Kleines Medikit. Okay, ist groß. Sehr groß, ne? Ist richtig groß. Ja, so lange wir außen lang gehen, sieht er uns eigentlich nicht. Ja. Okay, wir müssen Henna finden. Die ist tief vergraben. Was war das? Gut. Das kam von hier, Bruder. Ein Zeichen, der jetzt hat. Oh, oh, oh. Sieht der uns? Wieder der Wust, Alter. Oh shit. Okay, der ist scheinbar auf Trab, der gute. Hello neighbor, Alper. Okay, das nächste Rohr. Ich glaube, wir müssen da sein. Der geht da hinten lang. Ich gehe außen rum. Da leuchtet er. Ja, hör mal. Jetzt verzieht er uns. Wenn wir so außen bleiben, ist das eigentlich safe bis jetzt, ne? Ja. Ja. Oh, ganz wild. Oh, das ist eine Hütte. Gehen wir rein. Okay, Wild. Was ist das? Ein Stein. Ich hab einen Stein. Okay, hier sind Gräber und so. Bestimmt, ist dein Arbeitsraum. Ja, Mann. Ja, Mann. Werkbank. Können wir uns hier verstecken? Tür ist verschlossen. Greifen. Oh, müssen wir uns vielleicht verteidigen? Ich mach mal hier. Ja. Weil es da kommt, Bruder. Oh, ja, Mann. Ein bisschen blockieren. Okay, mit dem Stuhl. Vielleicht irgendwo hoch. Guck mal nach oben. Oh, guck mal da oben. Das ist ein Dachboden. Da kommt. Steck dich. Und dann müssen wir gleich den Stuhl, vielleicht da hoch, um dann da oben was zu nehmen. Oh, oh. Da denkst du, er merkt was wegen dem Stuhl. Oh, der ist in der Nähe draußen. Der ist da. Oh, das fängt auch aus. Auch uns ungesund. Lass das. Oh, shit. Was, wenn er reinkommt. Oh, rein. Oh, Gott. Der wird das vielleicht merkwürdig im Stuhl. Na, weiß. Oh, Gott. Das ist ein Mensch. Ist der drin? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Aber egal. Der hat mir ein bisschen Leben abgezogen. Das ist ein alter Sack. Der packt uns nicht so schnell. Oh, Gott. Wo ist er gegangen? Okay, der ist ein bisschen verpeilt. Okay, der ist ein bisschen verpeilt, der Bruder. Da denkst du, da war was zu holen. Hier ist noch ein Stein. Könnte doch locker abwerfen, oder? Meinst du? Keine Waffe, Bruder. Steigen den Kopf, Leute. Okay, wir müssen... Oh, ist auch wieder ein Stein. Thema ausgewählt. Ah, vielleicht kann ich den ablenken. Ja, Mann. Aber der ist uns gar nicht auf dem Ferse. Leute, easy, easy, easy. Oh, so. Dicker Rabe. Okay. Dann können wir den wenigstens ablenken ein bisschen. Okay, wir müssen wieder in seine Crib. Wo ist der Bruder? Ich glaube, da müssen wir noch was holen, ne? Warte, wo ist der? Ich sehe den nicht mehr. Geh mal in die Nähe. Und dann können wir den immer noch ablenken. Was ist da hinten? Das leuchtet. Ey, siehst du was? Mhm. Was soll bedeuten? Achso, war nur so reflektiert. Aber wir müssen noch ein Grab finden von irgendjemand. Ah ja, von Simon? Wie hieß der? Simon, keine Ahnung. Irgendwas, Leute. Wie hieß der Bruder nochmal? Wir müssen alles durchlesen. Oh. Eine Schaufel hinter dem Haus. Okay, hinter dem Haus ist welches? Eine Schaufel. Stehen hier auch Namen? Oh shit, ich häng fest. Oh mein Gott. Nein. Nein. Glitsch oder was? Ich häng fest, Bruder. Abkriegst kein Ducken. Leute, das tut immer so weh. Wenn ein Spiel glitscht und die Frage ist, was ist das gespeichert? Oh nein. Oh mein Gott. Kannst du speichern? Aber lieber nicht, dass das gespeichert ist. Ich glaube, es ist gespeichert. Ungefähr der Ordnung. Ja. Ey, das krasse ist, ne? Damals, ähm, kennst du noch Lager Kraft? Ja, also Tomb Raider. Ich hab damals, falls ihr das kennt, das ist ein sehr altes Spiel. Da hab ich mal, ähm, damals waren die Spiele noch so alt. Überleg mal, da waren wir zwölf oder elf. Da hab ich gespeichert. Ich bin gerade im Sumpf gestorben und ich hab da gespeichert und dann bin ich so immer wieder gestorben. Genau, man konnte so speichern, dass man immer stört. Das war richtig dumm. Ja, Mann. Die Zeit war noch komplett viel. Ja, ich kenn. Games und so. Okay, wir sind wenigstens noch da. Okay, wir haben eh nicht viel erreicht hier, ne? Ne. Wir müssen eh noch da einmal... Okay, hinter der Hütte ist irgendwie eine Schaufel. Genau. Fetter Tipp. Und wir müssen noch ein Grab finden. Guck mal schnell das Grab hier. Oh, wer ist das? Tom, ne. Christoph. Okay, nächstes Christoph. Okay, hinter der Scheune. Und wir gehen direkt in die Scheune rein, oder? Ja, Mann, direkt in den Stuhl. Oh, ich kann den sogar nehmen. Okay. Genau. Trotz der Appetition. So, was ist da jetzt? Ich habe irgendwas genommen. Schloss. Damit kann ich Schlösser aufmachen. Perfekt. Und hier hinter soll eine Schaufel sein, oder was? Man kann von hier rein gehen. Okay, wo ist die Schaufel? Ah. Ah, da. Perfekt. Nice. Okay, Schaufel am Start. Boah, ich wähle die aus. Ich kann ihn, glaube ich, hauen damit, oder? Hm. Ja, Sir. Perfekt. Ich meine, der kommt. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur noch dieses Grab finden, glaubst du, ne? Tommi. Ich geh Schnee wieder rein. Ist der nochmal Thompson, oder? Wie hieß der jetzt, Alter? Ich hab den Namen komplett versteckt. Leute, wisst du ja, wer da ist. Was ist der überhaupt? Ist ja auch ein Grab. Ich nehme mal einen Stein auf jeden Fall. Aha. Was ist das? Ist das nicht ein schöner Sarg? Henner liegt gerade in einem solchen. Humor hat er auf jeden Fall noch. Wo ist der Typ überhaupt? Ja, Humor. Was ist der? Hast du es gesehen? Ja, man, da war so eine Hand. Ja, Mann, da war so eine Hand, ne? Ist ein Bug. Na, gehen wir rein. Äh. Robert Williams. Er ist ein Atmeer, ne? Ich hoffe, du hast den verdammten alten Mann nicht zu sehr satt. Wenn man ihn mit einer Schaufel schlägt, ist er gefügiger. Dazu kam er noch nicht. Er probt und war okay. Du fragst dich wahrscheinlich, wo du den Schlüssel herbekommst. Ich gebe euch einen Tipp. Schau nach oben. Der Schlüssel ist bei diesem schwarzen schreienden Ding. Oh, der Rabe. Welcher Rabe? Oh, ich muss ihn abwerfen. Ah, den müssen wir abwerfen. Wo ist er? Wir haben ein paar gesehen auf jeden Fall. Aber wir haben doch auch ein Dings hier. Habe ich nicht was eingesammelt zum Dings? Wo ist der Bruder? Okay, wir gehen wieder rum, bis wir ihn sehen. Er war eben auch ein paar Dinger. Wo ist er? Fliegt der? Hä? Wo ist der, Bruder? Wo ist er? Ich muss gucken, wie man das aimt jetzt. Okay, ein bisschen höher. Nice, er wird noch stehen. Let's go! Let's go! Okay, unten ein Zettel, Alter. Du hast keine Ahnung, wie schwer es für mich war, diese verdammte Krähe zu fangen und eine Schlüssel in sie zu stecken. Ich hab auch gedacht, ich hoffe, du hast dir auch viel Mühe gegeben, um sie zu fallen. Okay, kann man nicht denken. Aber lass mir mal den Klatsch hauen. Oh mein Gott, der ist halt. Hey, stop right there! Bruder, der dreht bisschen durch, der will nicht sterben. Der steckt ja alles weg. Okay, wir rennen den ab. Corona noch einfach. Wo er uns noch ansteckt. Ich dribbel den. Trotz bisschen Snaren laufen. Jetzt geh einfach zum Schloss. Ja man, straight. Okay, schnell, komm. Da ist der Schlüssel rein, Bruder. Bam. Okay. Nice, wir sind weiter. Ah, jetzt für... Simon. Lindsay Simonsen? Frederic Simons. Ja, der war das. Das war der Bruder. Leute, wir buddeln ihn aus. Schaufel, let's go. Alter, wir sind Hitman einfach. Hitman mit Eierkopf. Prime ist da, Leute. Let's go. Oh, shit. Unsere Glatz ist auf jeden Fall... Wow, clean, Mann. Motherf***, Alter. Frisch poliert. Ist so. Ja, was brauchen wir? Ich brauche einen Bolzenschneider. Vielleicht... Vierten Haus? Okay, da wird ein Brechessen nicht helfen. Okay, aus dem vierten Haus. Also von dem alten Mann. Ist hier auch noch was? Da war damit ein anderes Haus gemeint. Warum haben wir den nicht gefunden? Wahrscheinlich willst du wieder zum Opa. Ah, ich bin zurück. Wir wollen unseren besten Freund Opa besuchen. Ich komm hier gar nicht rüber. Opa. Oh, nochmal kurz seinen Bolzenschneider, Bruder. Das ist voll krass, weil es ist gerade sehr windig hier. Und im Spiel auch so ein Windzeug. Ja, aber... Das ist gerade voll intensiv. Du denkst dir, was ist jetzt echt, was ist nicht echt. Okay, Bolzenschneider. Oh, vielleicht hier. Oh, können wir das jetzt aufmachen? Ich hab doch eben... Irgendwas aufgesammelt. Oh, ein Zahlencode. Oh, Code. Okay, was sollen wir denn wissen? Sperren? Ah, okay. Wir brauchen einen Zahlencode. Die Frage ist, wo kriegen wir denn her? Wir müssen gucken. Genau alles untersuchen. Muss irgendwo Zahlen sein. Hm. Ist irgendwo auch ein Zettel oder so, ne? Ja. Okay, wo können wir jetzt Zahlen herbekommen? Haben wir einen Tipp bekommen? Ja. Ob da irgendwo an der Pinnwand was hängt oder so. Ich hab nirgends wo eine Zahl. Boah, auf irgendwelchen Gräbern oder so? Auf Krampf? Ja, natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber... Irgendwo müssen Zahlen stehen. Aber wo? Könnte überall sein. Das ist die Frage. Wo sollen wir jetzt danach gucken? Was ist das auch immer? Hm. Vielleicht ist hier was? Ich bin die Geister, Alter. Bei dem Sound, weißt du? Ich hab auch so gedacht, ne? Achso, ich kann mich heilen, glaub ich. Auf der gelben Tonne? Gelben Tonne? Lass mal da gucken. Wo ist die Tonne? War die im Haufen? Hier drin? Ja, guck mal. Ah. Ne, gelbe Tonne? Ne, gelbe Tonne? K.O. 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 O. K.O. 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 Jetzt bekommen. Sehr komplex. Oder hat der alte Sack was fallen lassen? Das ist die Frage, ne? Soll ich ihn klatschen? Vielleicht lässt er was fallen? Hey, gib mir den Code, Junge! Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Hey, stopp! Oh! Oh! Ich kann ihn besiegen. Let's go! Wo ist der Code? Tut mir leid. Du hast es so gewollt. Wo ist der Code, Mann? Oh, shit! Der Arme, ja? Tut mir leid. Das können wir nicht mehr befragen. Shit! Ich dachte, der hätte jetzt einen Zettel oder so. Ich dachte, der quetscht ihn jetzt noch aus oder so. Jetzt haben wir halt keine Nerven, sehr gerne mal rumlaufen. Auch noch nett. Shit, okay. Wir brauchen den Code. Was mit den Dingern, die hier so leuchten? Oder stand der auf den Zetteln irgendwo? Eine Zahl oder so? Wo war ja die Zahl jetzt? Weil er bei dem Grab, wo wir ausgebuddelt hatten? Da nochmal umgucken, ne? Naja. Weil da drin ist safe, ein Bolzenschneider drin. Mal abstecken. Mal abstecken. Mal abstecken. Das wäre jetzt so random, diese random Greiber, ne? Das ist jetzt hier irgendwas. DED Jetzt keine Zahlen, aber Ich glaube, dass ein Vögelchen was zugeswitcht hat Freudlicherweise Brigitte Ganz stark Von wo ist der Code? 359 Wir checken ab Wir haben gerade gesehen auf dem Grabstein Stand 359 Wir testen mal, ob das geht Ganz random gerade gesehen Auf irgendeinem random Grabstein Einfach ein guter Glück, es war jetzt eine Drei Zahl Könnte ja der Code sein Ich hoffe, der steht gleich wieder auf Ich glaube, wir sind los Ok Ok So, drei Fünf Neun Neun Let's go Krass, das funktioniert Auf irgendeinem random Grabstein Krass, man muss mal einfach testen Krank, Junge Stark, Mann Ok, wir haben Balls und Schneider So, jetzt gehen wir wieder zum Grab zurück Da müsste Henner drin sein, oder? Eigentlich Das war's dann Also hin Let's go Ob wir die einen haben direkt Let's go Gucken, wie die aussieht, ne? Hanna Montana bekommen Oh Mann, rett dich Oh, da ist der Cheap da oben Boah, das ist Grab, oh mein Gott Let's go Ich hoffe, sie hat noch genug Luft Und sie wird unseren Eierkopf noch bestaunen können Hanna Oh mein Gott Bist du's Hanna Oh mein Gott Sie lebt Hä? Das ist gar nicht dreckig, nix? Ihr geht's richtig gut? Hä? Was ist denn? Hä? Was ist denn? Wer wird das? Wer hat dich begraben? Hast du Hanna gesehen? Achso, das ist Hanna Das ist gar nicht Hanna Ich bin Sarah Ich bin Sarah Ich war zuhause Dann hat die Tür geklingelt Da war ein Mann Er lächelte komisch Und dann war es verschwommen Ey, es ist die gar nicht krass Einfach ein anderer Wie viele Leute Hä? Hä? Okay, wir müssen Hanna finden bevor es zu spät ist Okay, wir haben Verbündete am Start Nice Unsere Verbündete Komm Komm mit Komm mit Wir holen dich hier raus Wir holen dich hier raus Den Opa haben wir schon besiegt Ist so Keine Sorge Mit uns bist du sicher Hä? Hä? Sie geht alleine einfach Hä? Hey Wieso spazier weg? Hör mal steh Okay, wir spazieren hier einfach raus Ganz entspannt Geht, weiß sie jetzt den Weg hier oder was? Ja man, die kennt den Weg Irgendwie verdächtig, ne? Schon verdächtig Hä? Die sagt, wo bin ich? Die geht einfach stramm hier raus Die ist ein Auto, Alter Okay, sie bleibt stehen Das ist eine miese Karre, Bruder Okay, da ist ein Auto Ja, das ist mein Auto Das ist mein Auto, öh Du solltest das Systeme ansehen Hey, du solltest das Systeme ansehen Warte Bruder, die ist komisch Warum sagst du uns, du solltest das Systeme ansehen Warum ist ihr Auto hier? Die wurde doch entführt Das ist echt komisch Nein, die schleppt uns da rein, Bruder 100% Alter What the hell? Ich wusste es Oh mein Gott Bruder, das macht keinen Sinn Die geht schon vor, Bruder Ich bin abgesprochen Ja, das ist die Freundin von dem Ja man Psycho Die hat sich freiwillig begraben Nein, jetzt sind wir nochmal begraben, glaube ich Oh mein Gott Leute, was passiert jetzt? Oh shit Oh Leute, die Geschichte geht noch weiter Es ist nichts Persönliches, Jackie Es ist nichts Persönliches, Jackie Sind wir Jackie? Ich glaube wir heißen Jackie Aber wir sind ein Mann, ne? Oh mein Gott War das nicht der Psyche, Jackie? Ey Leute, wir rennen auf den Plätzen Oh shit Leute, wir rennen auf den Plätzen Ich verarscht Ey, wohin führt das Ganze aus? Oh shit Boah, sind wir jetzt wieder im Grab? Oder in einem Kofferraum? Oh shit Shit Oh, im Kofferraum Oh, wir werden noch transportiert Ja, vielleicht müssen wir hier raus Okay, wir müssen die Hände frei kriegen Okay Leute, wir müssen wieder kluge Moves machen Ja, hier ist Jack Okay Okay Diesmal im Kofferraum das ganze Spiel Okay Der Bruder macht's schon selber Der ist schon Pro Boah Das haben wir ja geübt, ne? Zu treten Okay, let's get out of here Hä? Warum sind wir jetzt wieder? Wir sind gerade aus dem Auto Achso, wir waren schon geparkt Jetzt sind wir ja raus geboren Ah, okay, okay Okay, nice Wir sind bei denen zu Hause jetzt Okay, okay Direkt hochlooten mit Wachen, ey Oh shit Einen Ausblick finden Nehmen Okay, ist abgeschlossen Wir müssen jetzt irgendwas hier aus diesem Haufen finden Kassette? Okay, vielleicht eine Botschaft? Okay, mit einer Kassette? Was ist das? War das ein Lunch? Wir haben gegessen, Leute War das ein Lunchpaket? War das ein Lunchpaket? Kurz mal ein Sheet-Day Was ist das? Können wir es werfen? Drehen Lass das anzünden oder was? Ja, Mann Benzin Werkzeug Okay, können wir die Kaffee Ah, also nicht einfach aufmachen, abhauen Ne Achso, ich kann auch wieder hoch Auch wieder wahrscheinlich irgendwo Krass Okay Guck mal da an der Wand Da ist ein bisschen Werbezeug Hier sind Schränke Okay, müssen wir das für weg Okay, müssen wir das für weg Oh, zu Ist wieder der Zahnschluss? Okay, wir müssen die Tür aufmachen Was haben wir denn? Kassettelicht Irgendwie Irgendwie Wurde wir was aufbrechen können Irgendwie Ist so viel Randoms da Oh, eine massive Stange oder so Hä, was ist das hier die ganze Zeit? Heute reden Lunchpakete Läuft bei uns Okay, was sollen wir machen? Warte Warum sind hier so viele Sachen drauf? Diese Flächen hier, weißt du? Ja, das ist irgendwie komisch Die haben wir drauf Krass Nice Schraubenzieher Sehr gut Okay, unterm Teppich einfach wild Nice Können wir die Tür aufmachen? Knall auf, Bruder Ja, kein Ende Was können wir jetzt damit machen? Hier ist noch ein Teppich Weg damit Okay, da war nix Hatten wir noch irgendwas, was wir auch machen mussten? Waren das Autos oder was? Oh, da ist ein Zettel Oh, Hinweis Oh shit Hey Jack Wie war deine Fahrt? Sarah ist ein Schatz Nicht wahr? Sei ihr nicht böse Ich habe sie für den Fall gut bezahlt Du fragst dich bestimmt Ich kann mich nicht ertragen Äh, du fragst dich bestimmt wo deine Hannah ist Beruhigen sie sich Ihr Baby atmet noch Wirklich zu viel Es ist so verlockend, ich kann mich kaum zurückhalten Sie wollen sie ein letztes Mal sehen Seien sie vor Sonnenuntergang in der Westford Street 1513 1513 Oh Wenn du rechtzeitig da bist, kannst du sie noch lebend erwischen PS, wenn du einen Schritt auf die Polizei zu gehst, ist Hannah tot Oh, geile Polizei Und warum sieht der uns erst? Dann duzt der uns Voll komisch, ne? Bruder, was ist das für ein Typ? Hier ist wieder ein Launchpaket Das Schraubenzill können wir ja nicht benutzen, komisch Wir brauchen irgendwas anderes, ne? Wir müssen noch was finden Was, Bruder? Dann geht die ganze Wand ab Aha Hä? Wie random soll es sein? Yes, Sir Loll Vielleicht ist hier eine Wand hinter Ach du Scheiße, vielleicht schrauben wir das jetzt auf Ja, Mann Loll Das ist einfach eine geheime Wand Krass, ey Okay, ich muss alle ein Ja Dann bauen wir die Kennzeichen Da oben gar nicht mehr lang Ich glaube auch, hier ist eine Wand Ja Let's go Okay, hab ich alle Kraftzeitzeichen Und jetzt? Hä? Als ob jetzt nichts passiert ist, ne? Nichts Und alle Schüsse draußen? Vielleicht müssen wir das drehen Geht nicht Doch Vielleicht steht irgendwo was Ach so Hä? Warum fügt man das in ein Game ein und es passiert nichts? Hä? Also wie random kann es eigentlich sein? Ja Ja Ja, Mann Oder denkst du die anderen? Oh Das Licht Kommt dann ein Zeichen bei dem Neon nicht Ach so Die sind auch noch keine Zeichen Soll ich die auch ausschrauben? Erzähl ich Ja Vielleicht passiert irgendwas Das ist schon komisch Mhm Vielleicht ist dann da So ein random Wenn wir da finde ich Das ist witzig das Spiel Riecht trocken einfach Was ganz anderes Oder ist das nur zum angucken? Einfach deutsches Kennzeichen Mhm Er lieb Der sammelt einfach Oh, sind das von den Opfern die Kennzeichen? Ich schwörs dir Oder ist Deutschland auch? Safe Ist das auch hier deutsch? Ja, ich mach Sammlung Was soll das hier bringen grad? Mhm Vielleicht steht irgendwo echt was drauf Wir drehen es mal drauf Aber wir hätten jetzt keinen Zahncode Das ist das Ding Genau Eigentlich Nix Spam Nix 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 Hey Krass Leute Voll verarscht Komplette verarsche Einfach Was mit der Tür? Warum geht die nicht auf? Warum geht die nicht auf? Ja Auch random Hä Was ist zur Hölle Bruder? Die Handschlinge Kann man nicht Muss man nicht verstehen Was zur Hölle Passiert hier Leute? Was soll ich machen? Was ist auf hier? Warum hakt sie? Was sind diese Pakete die ganze Zeit? Oh 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 Kassette Oh Da fehlt noch was Oh da fehlt noch was Vielleicht Licht Ok dann können wir die Kassette anhören Das Licht bringt gar nichts Was brauchen wir noch für eine Kassette? Oh Hier sind noch mehr Kennzeichen Weiter geht's Vielleicht ist ja irgendwo was dran Vielleicht passiert ja irgendwas wenn man alle Entschraubt hat Oh hier ist noch ein Schalter Ja Achso 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 Guck mal ob da jetzt ein Tipp kommt Ja Oh Schlüssel Oh Gott sei Yes Yes It's the key to the door upstairs Für was sonst Also es ist der Schlüssel für oben Für was sonst Geht doch Ok nimm Bruder nimm Hä Was denn nimm Nice Nice ok Hat doch wenigstens was gebracht hier Ok aber was mit der Kassette Genau Dann können wir die abspielen Oh Anscheinend werden wir es nie erfahren Leute Oh Schade Oh Schicke Wohnung Oder Haus Wild Den Ausdruck finden Ok wir müssen immer noch raus Schicke Wohnung oder Obwohl man sich ja eigentlich sehr wohlfühlen könnte Ja man Können wir eigentlich übernehmen Oh hier ist jemand Oh shit Oh mein Gott Ist das so ein Fettkopf Oh der Fettkopf Hä Hä What the hell is this Am I crazy Or is there someone here Michael I'm sure I've lost my mind Oh shit Der ballert uns ab Oh shit Oh shit Oh shit Joooo Oh mein Gott Durch die Couch alter Ok wir müssen noch rausgehen Digga der Rast aus Wo hast du den Eierkopfhungen Junge Nein Junge Ist das nicht Lindsay Oh shit Ich bin erstaunt über die Innereinrichtung Sieht gut aus Ja So Am I crazy Hier ist keiner Bruder Verpiss dich Oh shit Oh shit Oh Gott Der kommt direkt in die Knarre Wo soll ich mich Ich kann mich nicht mehr verstecken irgendwo Ich glaube der hört uns Der macht uns kalt der Typ Der bläst uns einfach weg Alter Hier ist noch aber jemand Die Frau Die Frau Was ist das? Das Mädchen vom Friedhof Die kennen sich schon lange Der Typ mit der Waffe Ist das jetzt der der uns ganze Zeit diese Tischespielchen macht? Ich glaube schon Das sind die beiden hier drin Ah krass Die haben uns ja hingefahren Weißt du Ja die sind das Kommt der Was machen die? Nein die gehen schlafen jetzt oder was? Oh Gott direkt da Wir sind im Schlafzimmer Oder? Okay Okay Wir müssen leise sein Was ist das? Familie Simmons Aha Der ist adoptiert Hört er uns? Soll mal runter gehen Abgang Jungen Abgang Boah da sind die überall Überall so in den Zeitschriften Können die mal weg gehen jetzt? Die Frage ist wo sind die genau ne? Schleichen Oh mein Gott Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht oder? Allein Der hab ich nicht gesehen Oh Glück gehabt Okay der ist unten ne? Ja Was ist das? Oh shit Was ist das? Oh mein Gott Ist das hier der Ober? Der ist hier der Ober? Der ist hier der Ober? Wer hat meine Schlafzimmerpille? Der ist hier der Ober? Lin Ist das hier der Ober? Der ist hier der Ober? Er Climate O Der ist hier der Ober? Oh shit Oh shit Einen Sonnensbruder Sie wollen den Code wissen, finden Sie den Namen des Künstlers heraus. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst den Tipp geben soll. Okay, wir brauchen einen Code. Namen des Künstlers? Wo ist denn ein Code? Hey, ist der Leise. Die versperren den Weg, Bruder. Vielleicht knallt der die ab, weißt du. Oh, shit. Aber egal, wir wissen jetzt, wo wir geguckt haben. Warte, wo brauchen wir denn nicht? Wir brauchen irgendeinen Code. Vielleicht ist hier ein Code. Ich glaube, irgendein Künstler, ne? Ja. Vielleicht steht da gleich so viel Kassel oder so. Wir können auch Stühle wieder nehmen. Ich müsste auch irgendwo oben. Ich müsste alle Bilder an dir auffallen. Aber wir brauchen noch irgendwo, wo müssen wir den Code eingehen, ist die Frage. Ja, aber ich denke das. Weißt du. What the hell is this? Am I... Hey, who's there? Bar! I'll shoot without warning. Lindsay, is that you making noise over there? There's a man breaking into our house. Lindsay? Is that you making noise over there? There's a man breaking into our house. What the hell is this? There's a man breaking into our house. Ich kann die abwerfen. Huh? Die hat abgeschlossen. Oh, wow. Ich kann ihn abwerfen. Ah, der Typ, ne? Vielleicht kann ich ihn töten. Das wäre natürlich besser. Können wir entspannt gucken. Da sind wir jetzt unter Druck. Okay, ich schleiche jetzt. Aber wohin? Aber du kannst keine Sachen nehmen? Nur ein Künstlertipp. Ist der noch ein Zitter gewesen? Hier habe ich die Lampe genommen, Alter. Warte, gibt es hier einen Keller? Ah, nee, wir kommen ja aus dem Keller. Oh, shit. Hat er mich gesehen? Wenn soll ich, Bruder? Ich habe keinen Raum gesehen, wo wir... Das ist ja auch ein Plan, das ist halt. Oben waren wir, jetzt sind wir unten. Und vor allem denkst du, wir können irgendwie so ein Bild... Oh, die hat Schlaftabletten, meint. Aha. Die meint, wo habe ich ihn hingetan? Shit, der ist hier, oder? Oh, die ist da. Er ist oben. Ah, links. Hier war ich noch nicht. Kurz zum Toilett. Oh, Schlaftabletten. Oh, krass. Oh, man kann es hier verstecken. Oh, mach dir keine Sorgen um Simpson. Herr Simons, ich habe bereits einen Platz für Sie auf dem Friedhof vorbereitet worden. Und du hast es selber gesehen, was Menschen von seelenlosen Robotern unterscheidet, ist das Vorhandensein von Gefühlen. Simons hat keine, also nehmen Sie einen dieser hässlichen Kerzenständer und schlagen Sie den Bürgern die Köpfe ab. Okay, soll man das jetzt tun? Meint er, wir sollen die... Tote? Kerzenständer. Das sind die Simons. Er will die auch entsorgen. Ja, der hat sogar einen Friedhof für die vorbereitet. Deswegen sollen wir die töten, meint er. Krass, also wir sollen die arbeiten. Okay, ich habe Schlaftabletten, die will die ja die ganze Zeit. Ich glaube, ich kann die jetzt irgendwo hin tun. Was trinkt die? Wir müssen die stalken, glaube ich. Also vorbereiten, ne? Ja. Und vielleicht dann dem Typen den Kopf mit dem Kerzenständer. Ja, die geht immer die Ehe suchen. Da müssen wir, wir müssen die ja kurz vorbereiten. Der hat mich gehört, der hat mich gehört. Der hat mich gehört, bruder. Er steckt dich. Okay, wo trinkt die, wo trinkt die? Ey, die geht immer in die Küche, wir müssen die da abstellen. Wir müssen Pflanz zerstören. Was? Da ist ein Schlüssel. Aha, irgendeine Pflanzung. Hier ist eine zum Beispiel. Wie nehme ich die? Warte, die geht immer hier. Woran müssen wir denn nicht die Schlaftabletten wieder hinklatschen? Oh, vielleicht da reinklatschen. Vielleicht ist sie dann leiser. Jetzt knallt ich das rein, Leute. Jetzt setzen wir die Augen noch hoch. Was macht die? Geh trinken, Mann. Was ist so? Geh mal trinken jetzt. Oh, die pfeift ja immer da in der Bettbrei. Bruder. Guck mal deine Haare an. Ich habe sie in der Steckdose gepackt. Okay, die trinkt jetzt. Ja, ich komme jetzt. Jawoll. Yes, Sir. Geh entspannen, Junge. Einer nicht. Okay, dann haben wir nur den alten Sack. Ich brauche kein Bier trinken, sie pfeift die Stimme. Oh nein. Wenn ihr uns jetzt vergessen hattet, dann hat die Altsam. Ich dachte, die kippt jetzt langsam um. Oh nein. Oh nein. Okay, ich schleiche direkt ins Badezimmer. Aber er kommt jetzt, oder? Ich glaube, ich versuche die ganze Zeit zu schleißen. Genau, auf Save. Und dann müssen wir die Schlaftabletten neu machen. Ich frage mich, ob wir den auch aushalten müssen. Vielleicht können wir den, können wir diese Lampe nehmen? Ich kann Lampen nehmen. Okay, ich kann die Lampe nehmen. Okay, nachdem. Schieß, Junge, schieß. Oh, wer zieht sich daneben? Ich blöde nicht. Bring mal deinen Täter, sei leise. Chemiebrühe. Ich bin sicher, dass ich meinen Geist verloren habe. Es gibt niemanden hier. Nice. Soll das sein? Was stecken das hier? Oh, geht das? Guck, das ist das. Michael, du Arschluss. Ist das du? Oh, shit. Was ist das? Was ist das? Hey, wer ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schieße, ohne Warnung. Was ist das? Nein, man kann es doch nirgendwo verstecken, ne? Egal, ich klasse den Tod. Michael, du weißt doch. Oh, mein Gott, da. Lindsay, ist das du, der macht neulis? Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Es ist niemand hier. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Oh, hat nichts gebracht. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Lindsay, ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Es ist niemand hier. Oh, ey, ist die jetzt abgeschlossen? Oh, oder? Er ist immer noch nicht tot. Ey, wieder. Wie ist das schuldig? Und hier ist immer noch keine Pflanze, die ich nirgendwo. Hey, oh, shit. Oh, der hat nur einen Block hier. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Oh, ist das eine Pflanze? Oh, nein, 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 nein. Friedrich? Am ich crazy? Oder ist jemand hier? Friedrich? Ich bin sicher, ich block meine Meinung. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Oh, mein Gott, die nervt. Die Baunebombe. Bro, da trinkt man dein Drink jetzt. Es ist niemand hier. Nein, das wäre zu sein. Hey, du, ne. Ich schluck die ganze Zeit, ich stück mich. Wie heißt das? Oh, ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Ich bin keinem hier. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Ich bin sicher, ich habe meine Meinung. Es ist keinem hier. Okay. Aber welche Dings brauchst du? Wurde ich schlecht die ganze Zeit? Ja, bisher gerade. Der kommt aber trotzdem. Aber die Pflanze können wir gar nicht nehmen. Eins nicht. Und welche Pflanze, wenn überhaupt, ne? Oh. Also welche Pflanze kann ich kaputt machen? Okay, wir setzen die jetzt unter Pillen, versuchen das leise zu machen. Genau. Er hört mich erst, wenn ich sprinte. Das heißt, ich klatsche da jetzt Tabletten rein. Geht das auch? So geht. Perfekt. Aber er kommt jetzt. Genau, das ist der erste Schritt, den wir machen können. Dann ist die schon mal weg, dann nervt die nicht. Boah, die Lasagne. Leute, ich schiebe da jetzt gerne werden. So, jetzt warten wir, bis sie das genommen hat. Oh. Kommt. Wer war? Hier ist sie noch Gottes. Und den Typ? Ich weiß nicht. Er hat auch drei Pflanzen. Er hat drei Lampen auf seinen Nacken bekommen. Ist nicht gestorben. Ich glaube, der ist nicht zu besiegen. Wir müssen glaube ich irgendwo finden, wo es ein Code gibt. Wo wir irgendeinen Code eingeben können. Okay, sie trinkt jetzt glaube ich. Ich verstehe recht. Oder sie sieht mich hier. Das ist nicht so ernst. Das ist nicht so ernst. Ich gehe doch erstmal aufs Handy. Meinst du sie sehen mich hier? Nein, ich glaube nicht. Okay, nice. Da haben wir die ausgetrickst. Perfekt. Kerzenständer und Schlampe. Oder wir müssen Kerzenständer nehmen oder so. Okay, haben wir ja teilweise schon. Das war ja eine Lampe. Kerzenständer. Aber wir gucken, ob wir jetzt Kerzenständer sehen. Okay, die müsste jetzt eigentlich gleich Knockout gehen, oder? Er steppt. Aber er geht hoch. Wo ist die Frau? Im Wohnzimmer könnte er sein, ne? Küche müssen wir die Pflanze zerstören. Aber vielleicht mit den anderen Lampen, ne? Ich glaube die Frau ist ausgenockt, oder? Ich glaube die schläft jetzt. Ich glaube die schläft jetzt. Bist du uns damit zerstören? Okay, die ist ausgenockt. Die ist ausgenockt. Vielleicht kann ich was bei der machen. Lass mal gucken, genau. Wo ist sie hingegangen? Wo ist sie hingegangen? Darf ich noch am Schlafzimmer? Ahja. Okay, sie ist Knockout. Die töte erst mal. Ich hau die tot. Oh shit. Oh shit. Kommt. Was soll ich jetzt machen, aber? Also wie kann ich die Pflanzen kaputt machen? Vielleicht muss man ja gerade gucken. Gehen wir mal runter in die Küche. Wenn ich Geräusche mache, der kommt direkt. Wir haben nur Hände und das Taschen. Gehen wir einfach so, was du dran findest. Haben wir hier noch eine? Da ist nur eine Pflanze. Der hat die einfach so genommen? Hä? Da war kein Symbol. Ich glaube wir brauchen ein Code. Wir müssen aber nur gucken, wo wir den Code reinmachen. Hier steht was mit Code. Wir wollen den Code wissen. Finden Sie den Namen des Künstlers. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst... Wir brauchen irgendwo ein Zahlenschloss, weißt du? Ja, ja. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Ich hatte mir so gedacht, man kann so ein Bild untersuchen und es steht da so Picasso als Beispiel. Ich denke mir beim Zahlenschloss ist vielleicht ein Bild. Da ist dann vielleicht Picasso. Und das dann irgendein Code. Weißt du? Ja. Oh shit. Hat er mich gesehen? Ich glaube genau. Er geht hoch, ne? Okay, der macht immer nur da seine Route. Oh, der hört, wenn es stinkt. Weil ich die Tür am Tag bewegse. Was macht der da überhaupt? Er ist einfach ein Tierdum. Er ist mir ein Tierdum. Oh, der ist so. Auf süß. Oh, die Platze. Oh shit. Kommt der? Ich muss schützen, oder? Oh, geht der hoch? Ich glaube, er ist hoch, oder? Wie mache ich die weg jetzt? Das kann ich nicht nehmen. Kann man nicht nehmen. Was macht der mit Kerzenständer? Komm, komm, komm. Er kommt, er kommt. Was machen wir? Ich habe keine auffälligen Kerzen gesehen. Die man den über den Kopf ziehen kann. Irgendwas bei der Frau noch? Ah, okay. Oh nein. Das ist gesprintet. Hier kann man nichts machen. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Bro? Einmal Code. Wir müssen gucken, wo gehen wir den ein? Kann man versuchen, ein Bild zu nehmen? Nein, wir müssen... Da, wo der Code ist, ist es wahrscheinlich ein Bild. Wir müssen erstmal den Code finden. Ach so, dann... Oh shit, der steht da einfach. Genau, alles auch noch. Krass. Wir können auch Stühle nehmen. Wir müssen nach oben gucken. Vielleicht gibt es Dachboden. Stimmt, stimmt. Wir müssen noch einen anderen Raum öffnen müssen. Oh mein Gott. Wir müssen alles öffnen auch, ne? Und das war dann doch bei der Frau. Okay, nice. Verwenden. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Code. Jetzt den Code. Jetzt müssen wir schon mal, wo wir eingehen müssen. Okay, nicht das Alarm angeht. Wir brauchen jetzt den Code noch. Die Frage ist, wo ist der? Okay, was meint der? Irgendein Künstler? Künstler, ja. Das heißt schon ein Bild angucken. Wir gucken uns die Bilder an. Locker hat der da irgendwas hingeschrieben. Was ist das? Zoom ein und alles dran. Einfach gleisen. Ja, der markiert ja immer die Sache als Aufgabe. 9.59? Er schafft der? Oh shit. Hast du ihn nur noch mal gesehen? Der steppt. Man geht ja. Man geht ins Badezimmer. Ja. Meinst du, der geht hier durch? Ne, ich glaube der kommt nicht durch. Super. Okay. Wir bauen nur noch einen 4-stelligen Code. Wir brauchen auch noch kleine Bilder. Aber selbst für ein Da Vinci zum Beispiel. Ja. Was sind jetzt an Da Vinci 4 Zahlen? Ich habe eher die Hoffnung, dass er da einfach eine Zahl markiert hat. Ach so. Der markiert ja oft so Dinge, weißt du. Wir konnten auch ein paar Bilder nehmen. Maler Banger mit 2.50. Vielen Dank, oder? Weiter mit Gaming Disziplin. Noch mal, noch mal, noch mal. Safe Bruder. Vielen Dank Bruder. Jeden Tag kommt hier ein Gaming Video, Leute. Ihr wisst. Daily Uploads. Keine Pause. Ich mache nichts zu sonst kommt dabei. Hier waren auch Bilder. Verdammt, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich wollte mich gerade mit Hannah treffen. Da sah ich diesen Jack aus ihrer Wohnung kommen. Und sie? Sie hat ihn geküsst. Ich werde ihn töten. Was? Alter ist keine Nummer, ne? Mit diesem Jack. Der meint uns. Ach so. Der ist eifersüchtig auf uns. Wir sind Jack. Der würde uns dran kriegen. Mit Hannah. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich... Ja, Mann. Ja, Mann. Vielleicht ist das auch ein Kollege oder so. Fotokarte. Drehen. Ist er die Nummer? Nein, nein. Sarah. Das ist die Schwester, die ich nie hatte. Das ist das Mädchen von Friedhof. Das ist Sarah. Sie und dieser Scheiße haben sich noch lange kennengelernt. Okay. Egal, öffne alles. Ich habe eine neue... Ich bin jetzt Simons. Aber etwas sagt mir, dass ich nie ein guter Sohn... Ah ja, der war ja adaptiert. Und die will er auch umbringen. Okay. Ist der hier oben? Ne, der ist unten, ne? Der kommt aber gerade hoch. Der scheint nicht glücklich darüber zu sein, adaptiert zu sein. Okay, das war eigentlich... Alle Bilder, die man so aufnehmen kann. Ich kann nochmal gucken. Unten, wo der immer chillt. Ach so. Oh. Ja, wo ist Hannah? Okay, der stalkt uns. Das ist Hannah, unsere Freundin. Und der stalkt ihr uns. Ja. Okay. Wie mehr das hier oben ist? Wo ist dieser Code? Wir brauchen immer noch einen verdammten Code, Alter. Wir suchen immer noch den Code. Welches Gemälde, Bruder? Hä, das war hier zweimal schon. Leute, von wem ist dieses Gemälde? Ja, man. Das haben wir unten auch schon gesehen. Habt ihr schon den Code? Noch nicht. Das war oben im Schlafzimmer. Das war doppelt. Oh. Da können alle Schränke angucken. Aber die chillt auch ab und zu. Ist so, ist so. Wäre ich ein Zeichnis? Ja, das ist es. Ja, das kleine Bild war da. Okay. Wir nehmen den Code. Wie auch immer wir den jetzt bekommen hätten können. Aber wir haben ihn. Wo war der denn? Das war interessant. Genau. Wo war der? Schau nach. Was sollen wir uns davon noch machen? Selber? Ja. Vielleicht das ja. Ne, macht auch keinen Sinn. 23.09. So, 19.09. Irgendwas hätte jetzt Sinn gemacht von dem Gemälde, wann das gemalt wurde. Aber wie hätte man das jetzt rausfinden sollen? Okay, gehen wir ein, ne? Wäre noch interessant, die Gewissheit. Ja. Schreib mal, wie wurde den gesehen hat. Aber schreib mal ein, wo das ist. Da können wir noch mal hingehen, ne? Kannst du noch nicht eingeben? Genau. Guck, das war zweimal. Ja, genau. Das war zweimal. Ja, genau. Daraus reibe ich mir jetzt keine Zahlen irgendwie. Guck mal. Leid gebe ich Schuss. Krums, krums, krums. Jetzt können wir mal bei dem unten gucken. Der kommt jetzt hin. Da ist das auch schon wieder, ne? Da ist die ganze Zeit da. Jetzt können wir mir vorstellen, das hat was mit dem Bild zu tun, aber... Wie kommt man auf die Zahlen dann? Ja, dort sind wir, ne? Das Bild jetzt. Ja. Ach, vielleicht muss man die zählen, wie oft die da sind oder so. Die Bilder? Ja. Warte, die in dem Raum hier sind zum Beispiel. Ach so, da zum Beispiel. Ne, macht da auch keine. Ne, es gibt ja so viele Bilder. Okay, das ist eigentlich eben einfach. Muss ich warten. Dann können wir mal auf das Video oder so reingehen. Wenn die Lösung immer am besten noch... Genau, von wo. Genau, von wo. Sonst guck schnell selber. Genau, immer Lösung mit wo. Weil sonst ist das immer stumpf. Wie hieß das Spiel nochmal? Buried Alive. War komisch, haben wir da eine andere Version, weil eine war ja mit Pflanze oder so, ne? Ja, was ja auch schon so ein Unterschied war, ne? Aber wir sind gleich durch sogar, glaube ich. Oh ne, warte. Hä? Erst auf der Street auf einmal? Hä, der hat echt die Pflanze genommen. Das war eine andere Version, glaube ich. Ach du Scheiße, haben wir jetzt eine andere Version vielleicht, ne? Doch, bei dem ist auch ein Code. Okay. Der gibt den einfach trocken ein. Hat er einen Cut gemacht? Da ist irgendein Zettel. Na gut, da hat er es gar nicht gezeigt, ne? Ich glaube nicht. Auch trocken. Molly Banger mit 250, vielen Dank. Vielen Dank für das Wort, oder? Wie, wo kann ich Mitglied werden? Ist hier angepinnt im Chat. Ist sogar im Chat angepinnt. Aber ist auch in der Beschreibung. Aber genau, ist überall bei jedem Video verlinkt. Genau. Okay, hier guckt er sich die Notiz an. Dann... Ah, doch bei dem Bild. Ah, ich habe es gesehen. Okay. Oh shit. Oh shit. Leute. Hier ist der Code. Da ist der Code. 2309. Äh, 2309. Bam. Nein. Müsst du es merken? Einfach direkt neben dem Zettel. Einfach. Da war ja der Hinweis. Oh shit. Er macht mich gerade. Leute, wir müssen den Code nicht eingeben. Ah shit. Egal, wir haben den Code. 2309, ne? Ja, Mann. Okay, direkt eingeben. Straight zum Spind. Sorry, ich muss kurz. So, 2... Was war? 2 0? 23. 23. Nee, 3 Zeichen. Okay, mach auf, Bro. Nice. Jack, du hast es weg. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin so aufgewacht. Jetzt zum Top. Jetzt können wir in den Topraum nehmen. Okay, let's go. Okay, hier ist der Schlüssel drin. Das stand gerade in dem Zettel drin. Let's go, let's go, let's go. Okay, raus. Hey, wer ist da? Ich bin arm. Oh shit. Nein. Milchladen mit 2 Euro. Vielen Dank. Milchladen. Zocken dann bitte. Replay von Henkekin. What? Milchladen ist weg, Alter. Vielen Dank, Bro. Genau so, wie wir zuletzt die Änderungen hatten. Nach folgenden Sprachen. Random ass shit. Ach, die schläft hier die ganze Zeit. Und die hört das dann jetzt, glaube ich. Ah. 23. 23. 9. So, und jetzt schalten wir frei, dass wir... Pff. Pff. Frederic. There's a man breaking into our house. Lindsay. Willst du das? Malebanger. Herzlich willkommen. In der, in der. Brody, Bruder. Hello. Let's go. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Leute, wir müssen jetzt hier raus. Lindsay, is that you making noise over there? Where did I put my sleeping pill? Hello, Lindsay. Nimm, Bruder. Nimm. Raus da. Raus da. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Oh my god. Ah. Hey, who's there? There's a man breaking into our house. I'll shoot without warning. Hä? Falsche Tür, ne? Falsche Tür, ne? Lindsay, is that you making noise over there? Das war doch eigentlich die Haustür. Hinten vielleicht bei dem. Ach so, ja. Stimmt, wir testen die. Lindsay, is that you making noise over there? Aber egal. Hello. Lindsay? Oh shit. Oh shit. Was? Wer schießt da? Äh, nein. Verreinbarter, Alter. Der drittst du so. Wo hat denn? Die Kugel hat uns geprankt. Oh, da nervst du nicht, Alter. Der nervt richtig. Zwei, drei. Zwei, drei. Null, neun. Let's go. Der nervt komplett einfach. Verdammter Kopf, Alter. Verdammter Eierschädel, Junge. Hinten vielleicht nicht, Alter. I'm sure I've lost my mind! Dippt da drauf, Junge! Let's go, Bro. I'm sure I've lost my mind! I have a project in Glass City. Let's go! Let's go! Der Schlüssel ist weggegriffen. Was kannst du denn? Ist der woanders jetzt? Kannst du keinem erzählen. Vielleicht hinten? Ach man kann jetzt alle nehmen. Krass. Vielleicht ist der woanders jetzt. Vielleicht ist er nicht in der gleichen Pflanze. Oder ist er in die Wand gegangen? Kann auch sein. Oder weggegriffen. Der Schlüssel ist weggegriffen. Verdammt. Bruder, das gibt es nicht. Ist das du? Was ist das? Gib mir deine Pflanze, Junge. Gib mir deine verdammten Pflanze. Bruder, die ist doch schon tot. Die ist doch schon tot. Die hätte die Strom-Speckdose gehabt. Ja, Mann. Hey Bruder, Bruder, Bruder. Ich fand es war verpackt. Claudio mit 2,50. Vielen Dank Bruder. Wir sehen einfach als Wort, Bruder. Bitte bitte schon Paul und Robbe grüßen. Paul und Robben. Schöne Grüße. PIECE! Danke, danke. Willst du das Video? PIECE! PIECE! Verdammt. Schädel, sei leise! PIECE! 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 Komm mal! PIECE! 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 Bruder, ist auf einmal voll pfiffig geworden. Ja man. Jetzt ist er. Mal ohne Sprinten. Genau. Wir schaffen das jetzt. Einfach Hello Neighbor hier, Alter. Ist so, ey. Hello Neighbor als Mensch. Okay, das wird uns nicht gesehen, nice. Der Bruder kommt, glaube ich. Versteck mich kurz für. Die steppt auch? Oh shit, kommt die rein? Die lassen sich nicht verarschen. Ja, Mann. Die wollen uns das Leben schwer machen. Vor allem auf Hardcore Modus, Alter. Ist so. Okay, erst erst. Die geht runter, der geht hoch. Die werden schon wieder schlafen in Vietnam. Ja, die ist jetzt Küche. Ja, scheiß auf die. Sei leise. Hä? Was ist das? Du wirst nochmal leise machen? Okay, geht nicht. Hey! Wer ist da? Ich bin Arnd! Ich bin Arnd! Ich bin Arnd! Wohin? Bruder! Wir müssen richtig auf Krampf... Die Nerven komplett. Wie schwierig die das machen. Ich schwör. Wir müssen jetzt richtig... Entdeckungsschuss... Und welche Tür jetzt? Bei dem, ne? Dann am Fernsehen, ne? Ja, Mann. Hauptsache einer, die er rausfüllt. Komm, Bro. Ironie, er sieht uns nicht, aber wenn die uns verpfeift. Der wartet ja noch heute. Hey! Hey! Oh, Mann! Pass went. Komm, ich 신 Acht hab dich wär dir. Damn. Gibt es jemanden? Nice. Jetzt sind Sie jetzt canonical's dich. Das ist auf dem Kopf. Der ist noch mal Arbeit. Oh! Schwrer! Is that you making noise over there? Oh, endlich. Let's go. Wir haben es geschafft, Leute. Clean line, Alter. Let's go. Oh, ist auf der Straße jetzt. Wir sind auf den Streets. In der Nacht. Oh mein Gott, die Nachbarschaft, als ob die es nicht hören, die ganzen Schüsse, Alter. Laskeleckte Nachbarschaft. Oh, da wilde Street hier. Werte Häuser. Sieht gut aus. Gepflegte Nachbarschaft. Ganz wild. Okay. Step mal da hoch. Wenn du ein Neighbor haust, Alter. Ist das eine Kirche? Ja, man. Boah. Creepy Vibes, ne? Oh. Ist einfach offen. Geh niemals in die Kirche um drei... Der Leib Christi. Sehr zur Hölle. Sitzt da nachts in der Kirche rum. Wer creep da nachts rum? What the hell is going on? Hitman. Wo ist das? Ah! Ist das der Psycho? Das adoptierte Kind. Hä? Warte, ist das unsere Freundin? Hat die uns verarscht? Und sie ist der Psycho. Das ist doch Hannah, oder? Ah ne, hat Bart. Hannah hat einen Bart, hat Testo gespritzt. Hä? Lächelt der, oder was? Der so, ich will Hannah. Sieh an, wen wir gefunden haben. Er hätte gesagt Jack, ich hätte nicht gedacht, dass du es bis zum Sonnenaufgang schaffst. Wo ist Hannah? Hä? Direkt zum Punkt gebracht. Hannah ist drinnen, neben mir. Ihr Platz ist hier. Eigentlich ist sie schon vor langer Zeit ohnmächtig geworden. Oh shit. Oh shit. Du, äh... Was für ein crazy Spiel spielst du hier? Lass sie sofort los! Wie erbärmisch du bist! Lass sie jetzt gehen! Ich weiß nicht, was sie in dir sieht. Du wirst für alles bezahlen, was du angetan hast. Wenn sie wieder zur Vernunft kommt, werde ich in der Nähe sein. Du wirst in irgendeinem Grab verrotten. Oh shit. Oh oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt sind die Kräfte. Woah! Alter! Hey! Hell, he's stronger than a fair fight. I need to sneak up on him. Okay. Pfff. Er sagt, er muss sneaken. Bringt nichts so zu kämpfen. Okay, okay. End Messer. Oh, wir müssen ihn jetzt abschlachten. Das ist unsere... Krass. Okay, wir müssen es ranschleichen. Okay, können wir nur werfen? Ja, aber er hat kein Leben abgezogen, oder? Hm. Was haben wir denn? Feuerzeug? Was sie befreien? Abhauen. Wenn es mit dem Auto. Ja, wir haben jetzt gelernt zu sneaken auf jeden Fall. Mhm. Durch die Eltern. Müssen es clever machen. Ist hier reingegangen. Okay, brauchen wir irgendeine Waffe, oder? Wollen wir es abwerfen? Das ist... Wollen wir jetzt nicht so erzählen? Oder ins Gesicht werfen. Was ist das? Jack, are you trying to be sneaky? Don't you have the guts to fight me in a fair fight? Ich hab den abgeworfen. Hat der Leben verloren? Ich frag mich auch, wo ist dein Leben? Guck. Geh mal näher ran, werfen sie uns ins Gesicht. Nimm das! Hat nichts gebracht, ne? Ja, Mann. Okay. Eigentlich müssen wir uns die Waffe von dem Opa nehmen, Alter. Oh, eine dicke Waffe eigentlich. Oh. Oh, nice, nice. Ja, schön besser. Okay. Stick. Oh shit, was geht ab? Ne? Wollen wir eine Zeitbegrenzung? Das ist mitten in der Nacht. Ich werde Ihnen Hannah nicht geben. Können wir nochmal rein, Alter? Eigentlich brauchen wir was massiveres als einen Haulstock, ne? Ja, eine dicke Waffe von dem Opa, Alter. Boah, können wir die Waffe den Wänden wegkratzen? Scheiß nicht, vielleicht. Komm mal auf, Junge. Mist, das ist jetzt zu, ne? Okay. Wir sind einfach kaputter mit dem Stick. Wir machen es damit. Okay, komm. Jetzt kriegt das schon hin. Dann haben wir noch erste Hilfe. Oh, Mensch. Okay. Wir müssen halber genug in die Deku gehen. Ja. Und Ihnen ein paar Bomben verteilen. Aber das bringt jetzt Sneaken, Alter. Ja, weil... Okay, steht direkt da. Krass. Das kann Steine hinwerfen, aber... Jack, versuchst du etwa zu schleichen? Hast du nicht den Mut, in einen fernen Kampf gegen mich anzutreten? Jetzt ziehe ich immer ein. Du wirst frech. Was ist daran fair, wenn der so ein absolutes Metzger-Ding hat? Bruder, er dreht richtig durch. Ja, was ist das? Wie kommen wir hinter denn? Ich bin gleich tot, Alter. Der hat viel mehr Leben. Und der zieht mehr ab. Ich treffe dich mal. Er nimmt kein Leben. Okay. Oder? Zieht das ab? Hast du was abgezogen oder nicht? Er kann da gar nicht raus, irgendwie. Besser gepackt. Nicht viel. Junge, guck, er verliert kein Leben. Wir müssen ein Loch finden, glaube ich. Man muss hinter den. Was ist das für ein Loch, Bruder? Wir müssen da irgendwie wieder reinkommen. Der kommt ja nicht raus. Ich hab das Gefühl, wir müssen noch mal gucken, ob da ein Stupfloch ist oder so. Wir brauchen bessere Waffen. Aber was hat da nichts mit Sneaky zu tun? Sneaky ist ja so hinten rum, weißt du? Ja. Okay, wir müssen uns hinter den Sneaken. Ja, wir nehmen trotzdem den Holzbaden. Irgendwie. Vielleicht den rauslocken mit Stein. Und dann den da drosseln. So, dass wenn er zurückgeht, dass wir den dann irgendwie ersticken können oder so. Wir sind keine Steine mehr. Wir sind irgendwie auf seinen Rücken schlagen können. Ach so. Er will dich durch, Mann. Der geht ja nicht raus. Kann ich ihn jetzt hier rauslocken? Oder werf ihn mal massiv ins Gesicht. Was war das? Der kommt gar nicht raus, ne? Oder werf noch mal einen Stein. Wir müssen rein. Oder, genau, schlag mal ein Fenster an. Ah. Was kommt das? Können wir jetzt rein? Mal gucken, ob da noch eins ist, wo man eventuell rein kann. Oh, hier. Nice. Nice. Okay, da können wir ja hinter dem Sneaken. Nicht so sneaky. Glauben wir doch. Schränk den nochmal hier ab. Psycho Mike. Doch, okay. Guck. Guck. Und jetzt? Guck. Man muss so weitermachen, Mann. Immer Stück für Stück, ne? Oh, shit. Ein bisschen Schuften. Ich dachte, ich kann ihn jetzt so strangulieren, Alter. Ich glaube, immer wieder an die gleiche. Aber wir können ihn hier ablenken. Wir haben ablenken. Okay, der übersieht uns. Aber jetzt ist es im Krieg dieser inte, sonst muss ich gern sein. Ich muss manchmal halten. Ich kann mich nicht aufhalten. Was, was war das? Ich habe eine Witz mit Kompass. Ich habe eine Witz mit Kompass. Ich habe eine Witz mit Kompass. Ich bin mir da oben. Was, was ich als Kompass? Wo ist das, man? Das ist ja vai, Mann. Oh, shit das ist schnell. Okay, so ein Stück müssen wir in mein Leben abziehen. Okay, okay, okay. What the hell, Alter. Schade, keine schleckere Waffe. Ich habe aber keine Steine mehr, ich muss die auch sammeln. Achso, auf Krampfen. Er sitzt doch gleich hin. Warte, wo ist der? Hä? Öffne, öffne. Oh. Okay, okay. Na gut, ich habe den auch an. Oh, wenn es 6 ist, dann verliere ich, meinte. Wo ist denn die Uhr? Wo ist die Uhr? Oh, shit, Alter. Was ist das? Jack, are you trying to be sneaky? Don't you have the guts to fight me in a fair fight? How long are you gonna keep running away from me? Ja, anders geht's. Okay, bei jedem Gong ist eine Stunde vorbei. Da rein. Okay, unser Leben geht aber wieder, füllt sich auch wieder. Ja, mit jedem Hack. Ja, und wenigstens baut sich das aber auch. Okay, eigentlich immer hier dann. Genau, damit dann ab da guckt. Und dann rein. Ja, es steht aber hier so komisch. Oh, das hat ihn ja nicht gedrückt, aber... Ah, nice. Vielleicht kann man nicht drücken, aber... Unser Leben geht auch wieder. Ja. Das heißt, wir können mehr denn einwerfen, als nur einen Punch. Okay, wohin soll ich denn noch? Werf, dass der komplett... Ja, da kannst du eigentlich jemanden werfen. Ja. Aha. Oh. Hau rein, Bruder. Hier auf deinen Nacken drauf, Junge. Stirb! Er klappt zusammen. Stirb! Mensch, krieg den? Let's go! Let's go! Junge! Endlich! Gib uns Hanna zurück, Mann! Du Psycho! Sargschlüssel! Verdammter Psycho, Alter! Ist so! Oh, der wacht gleich auf, Bruder! Nimm nur die Machete mit! Geh zum Sack! Nimm dir die Machete nicht mit! Egal, scheiße! Egal! Hanna, komm! Ja, Hanna! Shit! Ich hoffe auf den Typ drauf! Hauf uns drauf! Ich hoffe auf den Typ drauf! Let's go! Oh! Hanna! Oh! Perfekt! Grillhähnchen machen wir auch. Da sind doch die Kerzenstände, die da machen. Genau! Let's go! Wir haben Hanna zurück! Let's go! Wer wird jetzt zum Grillhähnchen gemacht? Let's go! Drill! Herzlich willkommen in der Brody Gang! Bruder! Bam, dicker! 2 Monate Mitglied! Stabil, Bruder! Wir haben Hanna zurück! Köse verbrannt! Psycho Mike verbrannt! Oder? Ja, Mann! Jetzt... Gibt keinen Haken auf mich, ne? Gibt keinen Haken auf mich, ne? Gibt keinen Haken auf mich, ne? Hä? Wir hätten unsere Freundinnen... Dieses Ding hier halt! Symbol Wacke! Ich hab das Gefühl, der überlebt irgendwie! Irgendwas ist doch da... Wacht doch jetzt noch auf, der Bruder! Das ganze hat doch noch einen Haken, Leute! Ich schwör! Jetzt... Jetzt bewegt er sich! Oh! Der brennt ganz trocken! Das Spiel ist so trocken, Alter! So trocken! Ja, so witzig! Am Ende so, wir haben keinen Bock mehr! Wir wollen das jetzt schnell raushauen! Scheiß auf Details! Auch das Symbol so voll so! Scheiß drauf! Wir laden's hoch, ja! Ja, Mann! Bisschen Demo, Demo-Vibes, Alter! Wissen! Ah, Mann! Der Bruder wurde Grillhändchen zum Schluss! Ja, Mann! Schön Händchen! Schön Eiweiß für die Gains! Eigentlich können wir den noch essen, den Bruder! Mit Reis! Schade um die Kirche! Ja, Mann! Aber der Bruder hat sich ja irgendwie eine Kirche ausgewählt, warum auch immer! Ist so! Hanna! Und wir, ganz romantisch! Mit unserer Glatze am Start! Ja, Mann! Frisch poliert! Seiten auf Null, oben auf Null! Lebt die noch, oder nicht? Das ist die Frage! Macht sie jetzt die Augen auf, oder ist sie schon tot? Das sehen wir in drei! Zwei! Eins! Eins! Jaaa! Leute, sie lebt noch! Hanna! Montana! Woohoo! Happy End, Mann! Happy End! Let's go! Let's go! Jack! Hm? Du hast mich gerettet! Du hast mich gerettet! Normal! Mal! Ich glaub, die Entwickler hatten Zeitdruck, das rauszuholen! Außer hier ist noch so ein Kennzeichen seh ich grad! Ne! Also das Spiel war irgendwie trocken, aber witzig vom Prinzip! Mal was ganz anderes! Irgendwie hat's gebockt! Auch so ein bisschen Hello Neighbor-Vibes zwischendurch! Ja, Mann! Vor allem haben wir erst gedacht, wir sind ausschließlich nur in dieser Grube drin! Ich dachte auch, man ist jetzt in der Grube drin und da passieren Jumpscares und sowas! Irgendwie hab ich mir so vorgestellt! Allein nur das so rumzuhaufen war schon ziemlich cool! Ja, Mann! Aber irgendwie ein witziges, cooles Game! Ja! Ganz anders! Auch ein paar Rätsel dabei und so! Auf jeden Fall! War schon sehr nice! Gar nicht schlecht! Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr solcher Games! Und schreibt in die Kommentare! Wenn du noch so Games kennt auf jeden Fall! Immer rein damit! Ihr wisst's daily uploads! Da kommen sehr viele Games! Ja, Mann! Everyday fette geile Horror-Games, Leute! Abonniert den Kanal! Glocke aktivieren! Und checkt gerne unsere Merch ab! Hier! Brownies-Merch oder die Vs! Alles am Start! Checkt's unbedingt ab! Link in der Beschreibung! Ihr wisst Bescheid! Gehört euch was Nices! Ansonsten! Würde ich sagen! Bis zum nächsten Video! Peace! Nice, Mann! Cool, Mann! Buried alive, Bro! Krass! Jetzt haben wir noch ein Game! Jetzt haben wir noch... Ah ne! Baby in Yellow! Baby in Yellow! Sollen wir noch durchziehen oder? Was sagst du von der Zeit? Wir haben jetzt 3 Games gehabt! Die Frage ist sowieso... Okay, wir haben jetzt 1 Uhr... Weil's ein bisschen später... Wir wollen jetzt auch den Rhythmus nicht reinscheißen! Genau! Ich geh so 4 Spätestens ins Pen! Der Absturz! Spaß! 3! Warte, ich guck mal wie lang das geht! 2 bis 3... Nein, so bis... Ich guck mal wie lang das geht! Und dann geht's erfolgreich! Yellow... Das ist ja jetzt die Vollversion irgendwie! Ich glaub davor war immer... Umsonst! Oh! Ja... Full Game! Ich glaub pro ist es dann schon eine Stunde! Ja so 1 bis 2 Stunden! Ja so 1 bis 2 Stunden! Da lieber frisch! Rander die Bulletten! Alle Händen! Ja dann machen wir das frisch! Sonst wenn wir jetzt ein knackiges hätten hätten wir es noch ballern können aber... Ja 3 Games ist eigentlich gut! Ja! Also es ist ein Minimum immer 3 Leute! Ja man! Immer 3 Games! Genau! Wir müssen auch ein paar Bonus-Streams machen auf jeden Fall weil du fährst dann Urlaub bei dir! Genau! Deswegen wird ordentlich Games jetzt produziert! Genau! Wir brauchen halt viel Content rum vor! Weil wir machen ja daily hier Content! Ärmer! Deswegen! Aber egal! Genau! Heute 3! Manchmal machen wir dann einfach Freitag einen Stream oder so! Genau! Manchmal auch spontan Streams! Deswegen folgt uns auf Instagram! Da kündigen wir dann an wirklich! Also Montag, Dienstag und Donnerstag ist fest! Genau! Und Bonus-Streams werden dann angekündigt in der Instagram Story! Genau! Und hier Glocke aktivieren dann bekommt ihr immer alle Streams eigentlich! Genau! Der kriegt jetzt sowieso mit Leute! Genau! Nur manchmal kommen die Nachrichten nicht raus! Benachrichtigungen! Ja! Deswegen folgt uns überall Leute! Genau! Genau! Ja! Ansonsten Daily Videos auf YouTube! Genau! Und Streams eigentlich Montag, Dienstag und Donnerstag! Da immer Stammtage! Da ist immer fix! Das ist fest! Und genau! Wenn wir Zeit haben gibt es immer Bonus-Streams! Genau! Ja man! Wenn du Bescheid bist! Kündigen wir dann mal an! Stream liken! Wenn ihr noch nicht geliked habt! Genau! Egal wie spät die Streams sind! Montag, Dienstag und Donnerstag ist immer fest! Auch wie heute war es später! Aber... Yes Sir! Und wenn nicht sagen wir ab in der Story! Ja man! Auf jeden Fall! Danke fürs zugucken Leute! Danke für euren fetten Support! Tom Junge! Crazy! 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 Wieder verpennt. Jetzt merkt ihr, ich habe ausgeschlafen. Genau. Aber wenn man auf Krampf um 8 Uhr mal aufsteht. Dann bist du abends halt todmüde. Also das Ding ist so, man kann ja um 8 Uhr aufstehen, aber wenn du es nicht schaffst, dann auch um 0 Uhr oder so im Bett zu sein. Ja. Das kriege ich einfach nicht hin. Ja. Wie jetzt? 3 Uhr schlafen, 11 Uhr aufstehen. Genau. Dann läuft das einfach. Dann komm mal nachts ist man viel aktiver, sonst schläfst du im Stream ein. Oder das ist ja schon jahrelang so. Ja, genau. Klar, irgendwann haben wir ein Arzttermin, aber das ist nichts langfristiges. Ja. Wir haben uns da in eine andere Richtung erzogen. Ja, Mann. Deswegen, Leute. Egal. Danke an alle, die am Start waren. Euch eine gute Nacht, Leute. Schönes Wochenende an euch. Ja, Mann. Schönes Wochenende und wie gesagt, werden wir einen Bonusfilm machen. Seid am Start, Leute. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Stream.